Horchen Sie auf, lehnen Sie sich zurück und hängen Sie ab. Denn jetzt, endlich, gibt es eine neue Folge von Stricker TV. Mit dem Mann so vertrauensvoll, wie es sein Ostschweizer Akzent verspricht. Daniel Stricker. Erwin Kessler, wieder bei mir. Der Präsident und Gründer vom besten Schweizer Verein der Welt. Nicht mehr als Wunder. Es ist ein Urteil gefällt. Erzähl mal etwas darüber. Es ist ein wichtiges Urteil, hast du mir gesagt gehabt. Ich habe den Zusammenhang nicht ganz verstanden. Ja, das ist gestern eingetroffen. Und es ist ein wegleitendes Urteil. Also ein Durchbruch hat grosse Bedeutung. Ich möchte kurz sagen, worum es geht. 2015 haben links extreme Tierrechtler eine Kampagne gegen uns gestartet im Facebook. Und wie ich vor allem als Rassist und Antisemit beschimpft und bezeichnet und verleumdet. Der Hintergrund ist mein Engagement gegen Schächte. Und da hat es einfach da so gute Menschen, die das Gefühl haben, wegen dem dürfen wir nicht Menschen massiv angreifen. Und ich finde das Ganze extrem schlimme und heuchlerische Tierquälerei. Und da verwende ich auch die passenden Worte dazu, wenn ich das kritisiere. Man gibt immer wieder Versuche, das Verbot des Schächten in der Schweiz aufzuheben. Und es wird auch jeden Tag tonnenweise Schächtefleisch importiert. Also das ist ein aktuelles Thema. Und findest du es besonders schlimm, weil das Leiden unnötig ist, wenn man genau das gleiche Fleisch anessen kann, wenn man es nicht wirklich quälen würde? Oder findest du es unabhängig davon, einfach schlimm, wenn die Tiere leiden? Also ich finde es eigentlich aus zwei Sachen, die mich besonders stören jetzt da. Erstens mal natürlich, mich stört überhaupt, dass man Tiere tötet, zum Essen. Das ist, finde ich, nicht mehr zeitgemäss für die Umwelt, für die Gesundheit, für die Tiere. Gehört das nicht mehr in eine moderne Welt mit zivilisierten Menschen. Dann gibt es natürlich noch extreme, in dem im Raum, eine extreme Art und Weise, wie man Tiere umbringt. Und auch dazu gehört das Schächte, wo man die Tiere bei vollem Bewusstsein ausblüten muss. Und ausblüten darf man sich nicht so vorstellen, wie wenn ein Selbstmörder in die Badewanne sitzt, ins warmes Wasser und sich Pulsadern ausschneidet. Das ist wahrscheinlich noch relativ schmerzfrei. Beim Schächten werden die Tiere absolut schlimm misshandelt. Die werden hydraulisch festgeklemmt, Kopf gespannt, dann kommen wir jetzt mit einem Messer, Säbeln, den Hals rum. Und wir müssen immer wieder schauen, dass das Blut nachfliess. Das ist mit extremen Angst und Schmerzen verbunden. Also es ist hoher Grad von Folter. Und das ist der eine Punkt, das muss man einfach aus tierschützerischen Gründen, darf man das nicht zulassen. Wir haben in der Schweiz ein Schächteverbot für Säugentier. Hühner dürfen geschechtet werden. Und das Verbot ist, aber der Bundesrat hat dafür gesorgt, dass das keine Wirkung entfaltet, weil man darf jetzt einfach Schächtefleisch frei und sogar noch zollmässig privilegiert in die Schweiz einführen. Und das fordert uns natürlich heraus. Vor allem in den 90er Jahren, von dort her kommen eigentlich auch die Vorwürfe. Dort wollte der Bundesrat das Schächteverbot aufheben, auf Initiativen von jüdischen Kreisen. Und dann habe ich mich massiv eingesetzt und auch natürlich scharfe Worte gewählt. Ich finde, die, die das machen und sich daran beteiligen, ich finde das wirklich, das sind absolute Unmenschen. Und ich finde das eine teuflische Sache. Vor allem, wenn man es noch im Namen von Gott macht und sagt, es sei Gottes Willen. Das finde ich also absolut pervers, weil es ist gerade ja eigentlich, es ist nicht einmal ein religiöses Ritual, sondern es ist einfach nur, dass man Fleisch essen kann. Und nach den Vorschriften, Vorschriften aus dem Alten Testament, aus den jüdischen Vorschriften, tun das Fleisch essen eigentlich einschränken. Das war der Sinn. Und das hat historische Gründe, warum man das Tier muss schauen, dass es gut ausblühtet. Das ist im warmen Klima natürlich für die Haltbarkeit vom Fleisch wichtig gewesen. Das hat sich aber dann verselbstständigt. Jetzt heisst es einfach, das Tier muss bei Bewusstsein ausblühten. Heute, das blühtet überhaupt nicht besser aus als im normalen Schlachten. Einfach und dann darf man das Fleisch essen. Das ist so eine Heuchlerei. Und wenn man so etwas noch im Namen einer Religion macht, finde ich es einfach doppelt verwerflich. Aber eigentlich sind ja alle richtig grosse Menschheitsverbrecher im Namen von Gott, König und Vaterland. Es gibt ja nicht mehr Ideologien, wo sich Individuen um einander ausschalten oder sich für einen grösseren Zweck einspannen. Und da eignet sich halt Gott perfekt, weil es einfach das ultimativ grosse ist. Ja gut, der Unterschied in der Geschichte, man hat natürlich immer die, im Mittelalter, man hat immer versucht Gott einzubeziehen. Man hat dann auch noch gebetet um den Sieg, weil beide Parteien haben gebetet um den Sieg. Heute beten die Fussballer um den Sieg. Aber ich sage immer nur eine Seite gewinnen, aber jetzt haben die brasilianische Mannschaften alle von der Mutter gebetet. Und dann ist es natürlich missbraucht worden von den Herrschenden, zum einfach die Massen motivieren, oder Religionskrieg und so. Das ist eigentlich Eroberungskrieg gegangen. Und für viele ist es natürlich immer, man hätte mit der Kirche die Leute manipulieren können. Die sind abergläubisch gewesen und dann hat der Pfarrer gesagt, pass auf, kommen wir doch nicht in den Himmel, wenn ihr das und das nicht macht. Dann haben wir die schon steuern können. Jetzt beim Schechtern ist es natürlich ganz anders. Dort ist der Einzelne, aus Egoismus, der Gottgefällig leben will, aber trotzdem nicht auf den Genuss verzichten. Das ist einfach, er will sich nicht einschränken. Er könnte ja eben einfach auf Fleisch verzichten. Er muss nicht einmal Veganer sein, Vegetarier lang. Er muss nicht auf Fleisch verzichten, also gesund und spricht nichts dagegen, als einfach ein bisschen Lust auf Fleisch. Und für das Tiere leiden lassen, so massiv Tiere leiden lassen, das finde ich einfach ganz schlimm. Ich habe mich vor 20 Jahren nicht schlossen, solange ich Fleisch esse, dass ich jedes Video, das man sieht, dass Tiere leiden, im Fernsehen, überall, oder ob ein Artikel ist, dass ich mich einfach zwinge, das zu lesen. Und ich erinnere mich, vor etwa 10 Jahren, glaube ich, bald, habe ich auf YouTube ein Video gesehen, in dem eine Kuh geschächtet wird. Und das war eines von den Videos, in dem ich nicht fertig geschaut habe. Und zwar, es ist so, wie du es gesagt hast, es ist irritiert gewesen, aber man hat einfach die Augen gesehen, rausgepoppen quasi und die totale Angst und die totale Schmerz, weiss ich nicht, aber es ist für mich ein Riesenhorror gewesen. Und ich habe mich dann rausgeschnorrt, dass ich kein schlechtes Fleisch esse und darum muss ich es nicht fertig schauen, aber dann wirklich gesagt, es ist Feierabend, wobei es gibt noch viele andere, auch aus Tierfabriken natürlich, die vergleichbar schlimm sind, sage ich mal, wie es ist. Zum Beispiel, es hat leiden im Schäch, dann geht wenigstens, sage ich mal, wie lange geht das, eine Viertelstunde, eine Halbstunde, oder wie lange geht das? Und in den Tierfabriken ist es leiden monatelang. Ja, eben, das ist natürlich, habe ich gerade will sagen, in den Tierfabriken ist es eher ein stilles Leiden. Das kann man miteinander nicht vergleichen, das ist echt dann natürlich, das geht, sagen wir, ein paar Minuten, aber ein paar Minuten so foltern, das ist die Hülle. Aber eben, da kann man sagen, aber darf nicht vergessen, die Tiere haben das ganze Schicksal vor einer Näcke. Die haben dann schon nicht so, dass die Tiere dafür gut gehalten werden. Nach dem Elend in den Tierfabriken und alles, was man hat, werden zusätzlich noch derart bestialisch umgebracht. Und die Videodokumente sind tatsächlich sehr, sehr schwer erträglich. Ich habe in den Prozessen, wo wir jetzt da, ich habe ja zwei Dutzende so Hetzer und Verleumder eingeklagt. Eines Tages habe ich gesagt, jetzt lasse ich mir nicht immer Rassismus vorwerfen, das ist auch mit Rücksicht auf den Verein und unsere Mitarbeiter, es geht einfach nicht, jetzt geht es zu weit. Und da habe ich gesagt, so, und wenn ich etwas mache, mache ich es relativ konsequent, da habe ich einfach jeder, der da mitgemacht hat, im Facebook, auch geliked hat. Es sind jetzt mehrere Leute verurteilt worden, weil sie nur so scheisse geliked haben, so Verleumdigen. Das geht nicht mehr, das ist jetzt eine gefestigte Rechtsprechung. Wenn man etwas liken, einen ehrverletzenden Inhalt, einen rechtswidrigen Inhalt liken, macht man sich strafbar. Weil es heisst, ein Like sich auch ein Teilen, wie man sich weiterverbreitet, das habe ich gar nicht ganz verstanden. Wenn ich auf einen Facebook-Link klicke und like, weiß ich nur, ob ich coole Sachen mache und nicht so scheisse Dreck, darum bin ich da ausser Gefahr. Inwiefern teile ich denn das wirklich? Das habe ich gar nicht richtig verstanden. Bei deinen Freunden. Das wird irgendwie, man kann es zwar ausschalten, aber das wird, was du likest, wird deinen Freunden angezeigt. Aha, in einem Seiten-Stream oder so. Ja, 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 das interessiert mich auch nicht so, aber das ist so. Und dadurch ist es natürlich ein Weiterverbreiten. Das ist eigentlich ein Punkt. Und das andere, Liken einfach Zustimmung erteilen. Also, sagen wir, in einer klassischen Ehrverletzung, verbal, jetzt reden da ein paar miteinander, oder? Und einer sagt, du Arschloch, und der andere sagt, jawohl. Ja, ungefähr so, oder? Ja, da hast du es eigentlich einfach erklärt, ja. Dann schliesst sich diese Ehrverletzung an und ist dann einfach mitschuldig, und zwar im vollen Ausmass. Also, es wird dann nicht das Weiterverbreiten von einer Ehrverletzung, wird nicht weniger stark bestraft. Und das hat mit dem ganzen Grund, dass jetzt die Welle gekommen ist, ist das jetzt eine neue Welle gewesen, oder ist das schon früher so gelaufen? Oder kannst du im Nachhinein sagen, ich hätte das schon früher das Ganze abgestellt und nicht gewartet, bis so viele Leute sich auf irgendwelche obstruse Artikel berufen und dich verlinken? Das ist so, in den 90er Jahren, das war natürlich eine ganz schwierige Zeit gewesen. Dort musste ich mir das gefallen lassen, dort konnte ich mich gar nicht wehren, dort war eine ganz andere Zeit gewesen. Und ich bin auch von der Justiz dort sehr willkürlich behandelt worden. Das hat sich aber in der Zwischenzeit, haben wir einen guten Ruf, man wird von weit um, auch von Gericht anerkannt, dass wir seriöse Arbeiten machen über die Jahrzehnte. Das ist nicht einfach nur schnell einer gewesen, der ausgerufen hat, sondern wir sind eine etablierte Tierschutzorganisation. Ich habe dann auch von Gericht mit Gerichtsurteilen bewirkt, die wirklich Gesetze geändert haben, mehrere. Einige, die uns einen TV-Spot zensuriert haben über Vegetarismus, Werbung. Im Schweizer Fernsehen, oder? Im Schweizer Fernsehen. Wie hat denn das Fernsehen sich geweigert, das ausstrahlen? Das hat sich geweigert, das Spot anzunehmen. Wie geht man davon, wenn man das nicht akzeptieren will? Dann habe ich auf gerichtliche Instanz wegen Missbrauch vom Monopol und habe aber verloren bis zum Bundesgericht. Das heisst also, wenn das Schweizer Fernsehen kein Monopol gehabt hätte, wenn es ARD, ZDF in der Schweiz gäbe, oder verschiedene unabhängige Anstalten, dann wäre es nicht durchgetrunken. Es ist darum, dass es eine Monopolstellung gehabt hätte. Ja, oder marktbeherrschende, Monopol direkt haben sie ja nicht mehr, aber marktbeherrschende Stellung. So habe ich mich auch gegen die Post, die Post hat auch unsere Zeitschrift nicht mehr verteilen, das ist schon lange her. Mit welcher Begründung denn? Das schadet dem Image der Post. Wenn sie die Post verteilen? Und daraufhin musste man in ganz Europa mehrere Länder ihre Gesetze ändern, inklusive Schweiz. Darf ich mich fragen, geht das über Jahre so etwas? Ja, ja, das ist fast zehn Jahre gegangen durch alle Instanzen. Und was kostet das? Also es war dort nicht einmal eine Kostenfrage, sondern vor allem eine Zeitfrage, weil wir gegen private Leute, Gerichtsverfahren, kommen teurer, wenn du verlierst und musst den Gegenanwalt entschädigen. Also das war dann nicht primär eine Kostenfrage, aber der Europäische Gerichtshof ist so überlastet, der hat Jahre, bis er wieder einmal ein Urteil hat. Aber das heisst, du hast jahrelang deine Post verteilen lassen, jahrelang ist deine Fernsehwerbung nicht ausgestellt worden. Also die Post nicht, die Post, wenn, das geht vielleicht etwa drei, vier Jahre, der Instanzenzug bis zum Bundesgericht. Ah, Bundesgericht, ja. Dort musste ich zum Glück nicht nach, aber beim Europäischen Gerichtshof erstens die Chance, dass er überhaupt darauf eingeht, weil er ist total überlastet. Er kann nur einzelne Urteile auswählen, die er überhaupt beurteilt. Aber dann ist es noch lustig, wie es dann weitergegangen ist. Da habe ich also gewonnen, der ist weiter zensuriert worden, mit vaterscheinigen Begründung. Also trotz, trotz dem Ding. Und weisst du die Begründung gewesen? Ja? Weisst du die Begründung gewesen? Irgend ein banaler Seich, also ich weiss es nicht mehr genau. In jedem Fall etwas völlig vaterscheiniges, unwichtiges. Einfach nicht wollen. Da habe ich wieder das zweite Mal, ganz von Anfang an, über alle Instanzen zum Bundesgericht. Das Bundesgericht hat wieder mir nicht recht gegeben. Jetzt reden wir vom Fernseher oder der Post? Vom Fernseher, vom TV-Spot. Ja. Das muss man sich vorstellen. Also ich habe mal gewonnen in Strasburg und im zweiten Verfahren hat wieder das Bundesgericht, einfach ein bisschen mit einer anderen blöden Begründung. Das hat mir wieder nicht recht gegeben. Ich bin wieder nach Strasburg, habe wieder gewonnen. Also es gibt zwei Entscheide. Aber die Spielerei, das können sie zehnmal durchführen, theoretisch. Da bist du dann einfach tot. Ja, natürlich. Also eben, darum ist das Ganze über zehn Jahre gegangen. Nach dem zweiten Sieg, dort haben sie dann gespürt. Dann ist dann ausgestrahlt worden. Bei dem war es dann auch mal ein Riesenskandal. Das war natürlich ein Skandal gewesen, natürlich. Ja. Aber was sind denn da für Leute, also nehmen die das persönlich dort im Schweizer Fernseher? Nein, nicht persönlich. Das Schweizer Fernseher hat eine ganze konservative Haltung. Das ist ein Sprachrohr vom Establishment. Und wenn irgendeiner ein bisschen Aussenseiter, politischer Aussenseiter, dann gehört das zum guten Ton. Und dann fertig machen. Also, das ist ja... Du hast gerade zum Establishment. Ich bin der Meinung auch. Aber die SRP zum Beispiel sagt, dass es ein Linksfernseher ist. Ist das das Link-Establishment? Oder wie soll man das verstehen? Güppli? Ja, vielleicht politisch auch Links. Aber es ist ja einfach, die finden es ihre Aufgabe, wenn einer, einer, wo jetzt irg... Ich weiss auch nicht, nach genau, nach welcher Regeln, nach welcher Regeln... Aber... Wer kein braver Schweizer ist, was da genau alles für Interesse mitspielt... Jedenfalls kann sich Schweizer Fernseher am ehesten so Spiele leisten. Das ist ein Zeigengeld. Egal, wir müssen ja nicht auf die Gunst der Zuschauer schauen, denn sie haben Gebühren finanziert. Das ist gesichert. Ein Lokalfernseher werde ich besser behandelt, anständiger. Und durch das Bittere haben sie wahrscheinlich auch weniger Abisfläche. Also wenn sie zumutig wären, dann gäbe es ja noch mehr Aufstand. Wahrscheinlich ist das auch der billigere Weg, einfach zu sagen, machen wir Grossmutterfernsehen, wo die ihnen Zeigungen gibt. Also es ist einfach... Es ist auch die Sendung mit Daniele Ganser, dem Historiker, der da in der Arena, der Breuer so gesagt hat. Ich meine, dass einer immer den Job ausüben kann, nach so etwas, was er dort geboten hat. Er ist von den Schweizer Journalisten zum Journalisten des Jahres gewählt worden. Ja, 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 kann man noch vorstellen. Also dort hat es ja wirklich einmal, wenn sie das wahre Gesicht gezeigt haben. Und einfach, dass ein Moderator in der Fernsehshow, ein Moderator muss moderieren und nicht sich in den Vordergrund stellen. Und seine Fälle stellen mit dem Tweet, das ist alles vollziehbar. Ja, die Sendung gegangen, abgesprochen mit dem Schawinski, den machen wir fertig. Und das ist einfach... Und das ist einfach, wenn man sich das machen muss, dann muss man es ja nachher irgendwie verschleieren. Wenn man die Sendung, wo das Thema Verschwörungstheorie nicht behandelt worden ist, nicht geschaut hat, hat man keine Chance gehabt, zu... Das hat man auch nicht gesehen. Genau. Und dann hat man gefunden, der Schweizer Fernseher hat recht. Aber wenn man die Sendung schaut, ist es ganz klar, was der Ganser gesagt hat. Der Ganser würde in der Sendung einigermassen gut behandeln. Und da hat er dann auch gelobt gegenüber dem Journalisten. Aber wenn man die Sendung angeschaut hat, ist einfach alles dann doch wieder... Nicht er selber unbedingt, aber jeder kritische Denker ist einfach in Top Verschwörungstheorien geworfen worden. Und das hat er im Tweet kritisiert. Er hat nicht kritisiert, dass er unfair behandelt worden ist, sondern er hat gesagt, schade, ich weiss nicht wortwörtlich, aber schade, dass Schweizer Fernseher es einfach nicht kalor wieder Verschwörungstheorie-Todeskühlen quasi aufzuwarten zu einem Thema, was ich jetzt höre. Das ist einfach ein wichtiges Wegloh. Genau. Und wenn man es wirklich... Wenn man wirklich das gelesen hat, hat man es durchschaut. Aber ich glaube, die normalen Leute, die sich da die Mühe nicht machen, das geht zu erforschen, die denken, nein, der Gänser ist ein Lügner. Und das ist eine ganz perfide Tour. Und darum nicht so plump, wie man... Dass man mit der genau gleichen Methode arbeitet, sagen wir mich auch, das Schweizer Fernseher auch, und eben jetzt noch die linken Szene da, und Lügen mit Halbwahrheiten, indem man nichts Falsches sagt, aber das Wichtige wegläht. Und einen völlig falschen Eindruck erweckt, das ist strafbar. Also, viele von diesen Verleumdern haben das Gefühl, es stimmt ja, was wir gesagt haben. Und so schlau ist natürlich die Justiz auch. Die haben gemerkt, bei Ehrverletzungen, es kommt darauf an, wie versteht es den Zuschauer. Das ist eigentlich sehr intelligent... Durchschnittsleser oder Durchschnittskonsument, oder wie heisst das? Also, ja, Durchschnittsleser oder Zuschauer, wie kann man das verstehen? Das ist eigentlich ein einfaches und sehr intelligentes und wirksames Rezept zur Beurteilung. Weil, sonst... Ich kann immer wieder im Laufe meiner VGT-Jahre, ich muss immer wieder gegen die unmöglichsten Verleumdungen uns wehren. Und zwar... Verschiedene Kreisen, auch Landwirtschaften, versuchen uns fertig zu machen, zum Beispiel mir gefälschte Bilder veröffentlichen, die uralt sind oder aus dem Ausland und so. Und das sind natürlich sehr schwerwiegende Angriffe, wenn das stimmen würde... Aufschädigend, wenn du die Lüge schaffst. Ja, dann hätten wir jede Existenzberechtigung verloren. Also, wenn wir würden Missstände vortäuschen mit gefälschten Bildern, musst du dir mal vorstellen, also, den Verein, den müsste man auflösen. Der hat kein Existenz... Kein normaler, gesunder Mensch würde so einen Verein unterstützen. Und darum ist das natürlich... Aber kein gesunder, normaler Mensch würde auch einen nazi-neonazistischen Tierschutzverein unterstützen. Ja, eben. Da ist ja dann gerade die Technik, dass die Verleumdungen... Genau, das sind existenzbedrohende Verleumdungen und darum muss ich mich gegen wehren. Weil wenn man sich nicht wehrt, oder einfach öffentlich abstreiten, das macht jeder, der abgegriffen wird, ab, das nützt nichts. Du brauchst einen Urteil, der es quasi offiziell macht, offiziell üble Nachrede, offiziell rufen wir. Meine Frage ist noch schnell, da gehen wir schon mal von den Prozessen weg, aber es nimmt mich jetzt doch noch ein Wunder, wieso hast du gerade dutzende Leute eingeklagen? Wäre es nicht besser gewesen, ein, zwei Probeläufe zu machen, wie es auskommt? Ich meine, jetzt hast du nachher alles auf eine Karte gesetzt. Du hast, glaube ich, viel Zeit in der Stiertau natürlich mussten. Und es hat wahrscheinlich auch etwas gekostet. Und du hättest schon wie Pech haben, weil es heisst doch vor Gericht und vor See ist jeder auf Gott gestellt oder so. Das denken alle aus der Atheisten. Und wenn das so ist, wieso macht man den ein, zwei Probeläufe? Schaut, dass die Vorteile sind und tut, bevor es verjört ist oder so, dann die anderen drinnen. Also es ist eine Zeitfrage. Das geht natürlich auch, wenn das Jahre geht und einfach mal einen Probelauf machen. Das ist halt einfach, eben, also das Prozessieren geht man vor Gericht. Man hat immer Prozessrisiko, das ist eine grosse Frage. Lohnt es sich? Der Danieli Ganzer zum Beispiel, der wehrt sich überhaupt nicht vor Gericht. Der wehrt sich anders, der ist in einer anderen Situation. Er pflegt seine Community und ignoriert alles. Er wird aber auch geliebt. Und wird auch immer überall, wie in der ganzen Europa, ständig eingeladen und kann sich äußern. Er verdient Geld mit dem, ist auch ein Business-Konzept natürlich. Der kommt pro Vortag ein paar Tausend Franken über. Das ist ja richtig, ja. Ja, ist richtig, aber das ist ein Geschäftsmodell, wenn man so will. Ein gutes, oder? Ist nicht ein Vorwurf. Also eben, da gibt es verschiedene Wege. Und man muss, wenn man den Weg, muss man konsequent gehen. Also, und das mit einem Pilot-Ding. Ja, es ist einfach, mit dem hätte ich das nicht stoppen können. Das ist eine Frage von Jahren. Also, wenn so eine Kampagne losgehen und ich mich entschlüsse, die zu stoppen, dann mache ich nicht zehn Jahre ran. Und man hat dann auch nachgedrehen, das Ganze ist viel aufwendiger geworden, als ich gedacht habe. Das muss ich zugeben, aber wir sind dann einfach mal drinnen gewesen, dann musste ich entscheiden, aufgeben wäre ja noch schlimmer. Und jetzt kann man sagen, mit dem Urteil, es ist quasi über den Berg. In dem Sinne, jetzt bist du hochgelaufen, jetzt kommst du Skifahren, jetzt kommt ein spaßig Teil. Oder wie ist das? Ja, es gibt jetzt schon noch ein bisschen zu tun, aber ich denke schon, das ist jetzt wirklich der ultimative Durchbruch. Wieso denn, wieso ist das der Durchbruch? Es ist ja so. Also nochmal auch wegen dem, wieso hast du nicht zuerst einen Probelauf. Das hat verschiedene Gründe. Es ist auch, du kannst einen beim Probelauf gewinnen und dann machst du eine andere Klage und dort verlierst. Weil es ist ja immer das Risiko, dass Gerichte nicht unbedingt immer gleich entscheiden müssen. Du kannst in einem anderen Kanton dann machen. Und wenn es nicht gerade bis zum Bundesgericht geht, wenn ich gewinne, vom Bezirksgericht gut habe ich gewinne, dann lasse ich jetzt los, ich habe noch ein anderes Bezirksgericht, könnte ich anders urteilen. Also das ist dann ein Spiel mit Zeit und eine Verleumdungskampagne, einfach jahrelang weiterlaufen lassen und so ein bisschen rumspielen. Das ist nicht mein Stil. Ich habe dann gesagt, die Gerüchte sind ja lange rumgegangen. Also ich muss nochmal weiter zurück. In den 90er Jahren war ja die grosse Diskussion. Dann war eigentlich lange Ruhe. Das ist eine Geschichte, die man nicht immer thematisieren kann, obwohl es eigentlich immer aktuell ist. Das war eigentlich kein Thema mehr für lange Zeit. Und ich bin auch nicht angegriffen worden mit diesem Zeug. Und dann hat irgendeiner, aus irgendwelchen Zufällen, so linksextreme Hände mal, ich bin dann nicht ordentlich mehr gewesen, wahrscheinlich will ich mich nicht für linksextreme Ideologien inspannen lassen. Und die wollen eigentlich den Tierschutz für sich monopolisieren. Und dann haben die da alte Zeug von den 90er Jahren ausgegraben. Und dann kommt eben die Methode mit der Halbwahrheit, so einzelne Sätze rausgepickt und in einen falschen Zusammenhang gestellt. Also perfid eigentlich, weil ich jetzt das russische Laie denke, ja, es stimmt, es ist zwar einseitig, aber man darf einseitig sein, meine ich äussere. Ja, ja, eben. Also so haben es dann, und dann sind zum Teil Sätze gewesen, die ich selber nicht mehr gewusst habe. Und dann dachte ich, was, das habe ich mal geschrieben. Und dann musste ich es anlesen. Dann habe ich gedacht, ja gut, wenn es liss ist, sieht es ein bisschen anders aus. Und jetzt zum Recht bei Ehrverletzungen, das ist natürlich naheliegend, jeder, der einen verleumdet und weiss, er verleumdet, versucht, sich zu schützen. Da gibt es verschiedene Methoden. Du kannst andeuten, Andeutungen machen, durch die Blume, wirst voll bestraft. Das wissen die nicht. Die fühlen sich so clever. Oder die sagen, ich habe das nicht selber gesagt, der andere hat, ich habe nur gesagt, was der andere gesagt hat. Oder im Facebook sagen sie, ich habe auf meiner Seite, wenn du auf deiner Seite eine Verleumdung verbreitest, bist du verpflichtet, das zu löschen. Und wenn du es stehen lässt und vielleicht sogar noch aktiv, wissentlich stehen lässt, dann hast du beigetragen, oder? Und das wissen die alle nicht. Die finden sich so intelligent, die haben null Ahnung. Ich glaube, das wissen die verschiedenen Leute zum Teil nicht. Sie werden nicht unbedingt das Opfer von dem, weil die anständigen Leute machen, das sie gar nicht sind. Das ist möglich, eine rechtliche Reihe, ich weiss das vielleicht nicht, aber ein anständiger Mensch macht das sowieso nicht. Darum macht es eigentlich nichts. Ein anständiger Mensch muss das juristische Wissen gar nicht haben. Aber ich sage jetzt nur, die fühlen sich sehr clever und sind eigentlich strohbohne dumm. Ja, genau, da ist ja, glaube ich, die Berichtsworte auch ungefähr nicht gestanden, oder? Ich konnte nur ein Teil lesen vom Ganzen, ich konnte es nicht zum Auslesen, aber jetzt steht gerade in einem wenig raffiniert und einfältig oder so vorgegangen. Aber dazu, das noch einmal ganz prägnant zu sagen, auch für die Zuschauer, man muss sich daran orientieren, wie versteht es den Empfänger? Das ist nur massgebend. Du kannst nicht sagen, ja, ich habe es nicht so gemeint. Dann muss man es anders sagen. All diese faulen Ausreden hat natürlich Gericht auch kennengelernt und man hat die Gesetzeslücken dann eben deckt und einfach nur sagen, der andere hat gesagt, dass die Frau von Mayer sei die Irne oder der Huber. Der Huber hat gesagt, der Hollenwecker sei ein Pädophil, oder? Dann haben die schon das Gefühl, ja, ich habe es ja nicht gesagt. Und das wäre, die Schlupflöcher sind längstens gestoppt, oder? Die sind nicht so gescheit, wie sie meinen. Aber wenn die Frau von Mayer ist, dann darf man es sagen, oder auch dann ist es schon schwierig. Dann ist es, dann ist es, ja, da gibt es die Feinheiten. Es gibt Sachen, es gibt Sachen, grundsätzlich darf man ja sagen, was wahr ist, aber auch nicht unbeschränkt. Mit dem sind sie immer gekommen, ja, es stimmt ja, weisst du, irgendwo etwas. Und das stimmt eben nicht, wenn du zum Beispiel etwas aus der Privatsphäre, etwas, wo die Öffentlichkeit eigentlich nichts angeht, darf man auch nicht einfach so unbeschränkt an die Öffentlichkeit sehen. Oder auch wenn es uralt ist, wieder aufwärmen. Das gibt auch Schranken, es ist nicht einfach so, wie die, die haben so ein einfaches Denken, ja, es ist ja wahr, dann darf man es sagen, stimmt eben nicht. Also jetzt sieht es aus, dass das jetzt alles zu deinen Gunsten wird, oder fast alles? Ja, was neu ist, ist jetzt eben, ich habe ja sehr viele Verfahren schon gewonnen, dutzendweise. Und das hat dann auch dazu geführt, dass im letzten Herbst, also vor einem Jahr, hat die Kampagnen eigentlich aufgehört. Da haben sie wirklich dann sich herumgerichtet und haben Angst rüberkommen. Jetzt laufen einfach immer noch Gerichtsverfahren, wo sie immer noch hoffen, sie können vielleicht irgendwie gleich noch gewinnen. Das meiste war eigentlich auf Bezirksgerichtsebene, und jetzt ist es bestätigt auf Obergerichtsebene, also Obergericht Durgau, Obergericht Zürich, die haben bestätigt, das sind haltlose Vorwürfe, das geht nicht, wer erhebt, wird bestraft. Und das ist natürlich, damit ist jetzt natürlich schon, gut, das fehlt jetzt noch ein entscheidendes Urteil vom Bundesgericht, aber das ist jetzt so breite Rechtsprechung, dass es eigentlich nicht mehr gross könnte umkippen. Es gibt auch keinen Grund dafür. Nicht, dass ich glaube, dass wir jetzt wahnsinnig viele Zuhörer haben, aus dieser sogenannten linksextremistischen Kreise, wie du sie nennst, ich kenne die nicht alle persönlich, und wir würden wahrscheinlich gerne Ratschläge für dich entgegennehmen, aber jetzt nehme ich mich ganz persönlich ein Wunder, was würdest du machen in ihrer Situation? Würdest du sagen, ich würde die 3% oder die 20% oder die 40% Chancen, die sie noch haben, um doch noch etwas zu gewinnen, oder denkst du, das ist eh so klein, dass wir dann noch etwas erreichen können, dass am besten den Prozess einfach abbrechen und aufgeben würden? Geht es nur noch, weisst du, was ich meine, es sind jetzt so viele Kosten aufgelaufen, dass man sagen, jetzt kommt es um die 10'000 Franken auch nicht mehr darauf an, oder ist es so aussichtslos, dass man besser die 10'000 Franken spart? Also, ich habe Folgendes zu sagen, wir haben bis zum letzten Frühling, die haben, hat es eigentlich ausgesehen, die Sachsen erledigt, weil wir überall gewonnen haben. Und dann haben sie angefangen, aufzugeben, weil die dann zum Teil Leute, die haben gar kein Geld, die viele von denen in einer Reise arbeiten, arbeiten nichts, man weiss nicht, von was die überhaupt existieren, haben Zeit, im Facebook so Kampagnen zu machen, und wie die dann das finanzieren wollen, ist nicht klar, wir riskieren natürlich, dass es nicht, dass wir betreiben können, dass wir ein ganzes Leben und das Geld nie zurückbekommen können, das Risiko habe ich auch. Jetzt aber wegen, eben, und dann ist etwas passiert, dann hat eine Einzelrichterin in Winterthur, hat eine von denen freigesprochen, eine von Dutzenden von anderen Urteilen, und dann haben die die grosse Hoffnung bekommen. Und wenn du mit dem St. Galler Tagblatt nachher getitelt hast, man darf dich Antisemit mitnehmen. Ja, genau. Auch völlig aus dem Zusammenhang, nach Dutzenden anderen Urteilen. Vor allem, vor allem, also, dort ist viel, eben Medienmanipulation, wären wir mit dem Thema Medienmanipulation. Das St. Galler Tagblatt, das gehört zu den NZZ Medien, die haben dann das Urteil veröffentlicht, das ist gar nicht rechtskräftig, und das wird sicher auch aufgehoben, und haben es so dargestellt, als wäre das jetzt pauschal die Endwahrheit. Die haben nie ein Wort veröffentlicht, über alle anderen Dutzende Gerichtsverfahren, die ich gewonnen habe. Nur das, was ich jetzt verloren habe, provisorisch verloren, haben es aufgebauscht, nicht einmal rechtskräftig, oder? Nicht einmal rechtskräftig, und dann verabsolutiert. Jetzt musst du noch hören, jetzt ist nämlich, es ist hochinteressant, die Gleichbeschuldigte, gegen diese habe ich auch ein Zivilverfahren geführt, um sie zu zwingen, zum Löschen, weil Strafverfahren, die Löschen nicht werden Strafverfahren, die sind so kallblütig, und ich wollte nicht ein Jahr lang das Strafverfahren, und das stehen lassen, dann habe ich parallel dazu vor dem Zivilgericht verlangt, das ist Persönlichkeitsverletzende, muss gelöst werden, und zwar sofort. Das habe ich gewonnen. Sie sind viel? Jawohl, im Thurgau, auch vor dem Obergericht Thurgau. Also, die ist festgestellt worden, das ist rechtswidrig, was sie behauptet. Und die Einzelrichterin in Winterthur... Ist das ein Strafrecht gewesen? Strafrecht, ja, aber im Prinzip läuft es aufs Gleiche aus, es ist ein Griechsamverfahren. Ich kann das auch selber verstehen, es sind zwei Verfahren, es läuft über den Thurgau, das ist Zivilverfahren, und das andere ist Kanton Zürich, oder Winterthur, und das ist dann eben Strafverfahren. das ist der Ort, das ist Winterthur, darum ist Strafverfahren. Ah, und benenmerst du, weil du Thurgauer bist? das habe ich nicht anklagen können. Ja, jetzt verstehe ich. Und er hat es also bereits ein Urteil gegeben, das sei rechtswidrig, von der gleichen Beschuldigten, plus Dutzende von Urteilen in analogen Fällen, die auch sagen, ist rechtswidrig, davor. Und eine, die Einzelrichterin, SVP übrigens, hat dieser Recht gegeben, die er freigesprochen. Und da kommt ein Tagblatt, der über alles nie berichtet hat, und sagt, das ist jetzt die ultimative Wahrheit, man darf Kessler Antisemit nennen. Obwohl das Bezirkstufe ist, und du bereitst, von der Zufall vor Ort? Weil, die hätte er schreiben müssen, nachdem das Urteil, sei das, das sei freigesprochen worden, das Gericht sei gemeint, die hätte das sagen dürfen, so wäre es korrekt gewesen, es gibt aber ganz andere Urteile, und das ist noch nicht rechtskräftig, das wäre seriöse Journalismus. Nein, man darf einen Titel, man darf Kessler Antisemit nennen. Also, und das ist auch nach einem Gericht, ich kann das sofort löschen lassen, die haben das müssen ändern. Weil das ist einfach, das Gewicht hat anerkannt, das darf man nicht so interpretieren. Und dort hast du niemanden angezeigt, von denen, die das geschrieben haben? Um, es läuft Strafverfahren. Läuft auch. Es geht auch immer lang. Aber dort kannst du fast nicht verlieren, oder? Das ist ja dann völlig, man weiss nie, eben auf Gericht und hoher See. Das ist in St. Galen, da habe ich also zuerst schon mal, die Staatsanwaltschaft hat sofort eingestellt. Das ist eine leitende, hoch oben in der Redaktion, die das verfasst hat. Pascal Hollenstein ist journalistischer Leiter von Dagblat, Luzerner Zeitung und so weiter, haben da auch gepostet. Und er hat das selber geschrieben. Und das Dagblat, das ist das Sprachrohr vom Regime im Kanton St. Galen. Und da ist natürlich Widerstand, dort jemanden zu verurteilen. Aber ich muss mich da durchkämpfen, ich muss bis zur, das ist eingestellt worden, jetzt habe ich Beschwerden machen und möglicherweise muss ich vor Bundesgericht. Dort werden natürlich enorm, haben sie dort trennt zum Schützen. Also es läuft dann, wenn man mal gewonnen hat, nicht automatisch, hat immer noch so kantonale Instanzen, die das Gefühl haben, ja, das wollen wir nicht und so. Also es spricht nach wie ein Kampf, aber äh, und eben, das ist aus verschiedener Hinsicht, so wird umgesprungen, oder man zupft, das weglassen ist immer das gemeint. All die nutzenden Gerichtsverfahren und das andere, Parallelen, Tod zu schwiegen und nur das rauspflücken, oder? So werden die Leser manipuliert und da können wir sagen, ich habe nichts unwahrs gesagt. Aber sie haben bewusst einen falschen Eindruck erzeugt, in dem sie wichtige Informationen weglassen haben. Und das geht nicht. Die Sache ist ja, wenn ich jetzt die Antisemit bezeichne und mich darauf berufe, im St. Galler Tagblatt ist ja schon am Titel gestanden, oder auf das, dann kann man fast schon von Gutglaublichkeit reden, weil ja das ein seriöses Organ ist. Ja, ja, es ist, da kommt natürlich das dazu, also darum ist es doppelt fies. Also ich komme noch etwas dazu. Der Titel ist nach einem, nach einem Tag geändert worden. Aber immer noch ähnlich komisch, oder? Ja, 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 das kommt noch dazu. Das kommt noch dazu. In der letzten Sendung habe ich ja gemeint, es stehe immer noch, aber es steht ein bisschen abgewandert. Ja, aber es ist eigentlich nicht, sie haben ein schlechtes Gewissen gehabt, man merkt, sie haben es nicht richtig geändert, es sei eigentlich das Gleiche, das geändert die Titel. Ja, ein bisschen abgeschwächt. Man darf, haben es einfach gesagt, Kessler muss sich gefallen lassen, an diese mitbezeichnet werden. Das ist die gleiche Aussage, oder man darf oder muss sich gefallen lassen, das ist kein Unterschied. Aber dann haben sie wieder gedacht, das sei weniger gefährlich. Aber dann haben sie behauptet, das sei nur wenige Stunden online gewesen. Sie haben aber geliegt, von diesen linken Szenen haben es mehrere gespeichert. Und das ist in der ganzen Welt irre. Die haben dann müssen den Titel ändern, die Titeländerung ist dann nicht auch weiterverbreitet worden. Der Originaltitel mit dem, dann hat es noch so eine gehabt, die das selber auch noch gesagt haben, haha, jetzt darf man kristen. Gegen den habe ich auch ein Strafanzeig gemacht. Eine Frage, bevor wir nach den touristischen Feld verlohen, obwohl mich das brennend interessiert, und wir müssen dann ein bisschen über den Tierschutz selber sprechen, du hast ja gegen Wikipedia auch schon mehrfach gewonnen, und sie müssen Sachen anpassen. Aber das ist wahrscheinlich auch so ein Sisyphus-Ding, oder? Oder wie heisst das, der Kampf gegen die Windmühle, wir müssen für ihn wieder anders dumm formulieren. Wikipedia, die versuchen es einfach dann immer auf andere Art. Was ich jetzt verlangt, dann im Hauptverfahren, dass die überhaupt nichts mehr über mich publizieren dürfen. Ja, aber da frage ich Sie, ob es dann so weit geht, oder? Ja, das ist die Frage, aber ich habe gute Argumente. Man hat jetzt gezeigt, dreimal vorsorgliche Verfügung bekommen, etwas zu löschen, und brachen es einfach wieder auf andere Art, und so diffus, auch mit Andeutungen. Der ganze Artikel erweckt, den ganzen Artikel erweckt einen falschen Eindruck. Du kannst nicht sagen, diesen Satz, das habe ich auch gemacht, das hätten Sie müssen löschen, aber das genügt nicht. Und jetzt ist gefragt, ob das Gericht nicht merkt, ich habe gar keine andere Möglichkeit. Dann muss man eben sagen, es gibt keine vernünftige andere Möglichkeit, um mich zu schützen, also muss man halt das machen. Ich sehe nicht ein, wieso. Aber das ist natürlich auch, das ist eine kühne Vorderung. Jetzt in der Eleganz als Verschwörungstheoretiker bezeichnet wird, das ist eigentlich auch so etwas ganz perfides, weil man kann ja nicht wirklich sagen, Antisemitisch ist ganz klar, Antisemitisch rufschädigend und das ist etwas Schlimmste wie Pädophil. Ein Schlimmeres gibt es nicht in der Gesellschaft. Verschwörungstheoretiker ist nicht so klar, ist das sehr verletzend. Und das wäre ein sehr schwieriger Fall dort wahrscheinlich zu prozessieren, oder? Er müsste es auf dem zivilen Weg. Als strafrechtlich ist es heikel. Es würde dann heissen, dass nur seine berufliche Ehr verletzt und die ist strafrechtlich nicht geschützt. es ist nur der Ruf, einen charakterlich integren Menschen zu sein, geschützt, strafrechtlich. Also, wenn du einen führt, sein Geschäft heimeltrohrig und verärgert Kunden oder da kannst du solche Dinge sagen. Das ist alles nicht strafbar. Und was ist, wenn er jetzt mal in einem Buch oder so geschrieben hat, mal in einem Neonazis interviewt hat und es nachher nicht heisst, er bewegt sich in rechtsextremen Kreisen oder in neonazisischen Kreisen? Das ist natürlich, das ist heikel, weil das ist ein anständiger, charakterlich anständiger Mensch bewegt sich nicht. Und vor allem muss sich fast jeder Journalist das gefallen lassen. Jedes Mal, wenn Politiker interviewt hat, sagen Sie mal, wer kommt das an meinen gerade im Sinn? Irgendein Diktator oder so in einem Land, der müsste sich dann gerade gefallen lassen, dass er mit Diktatoren umgeht und so. Ist ja dann auch wieder so zwiespältig gemein, oder? Dass es objektiv stimmt, er hatte Kontakt zu einem Rechtsextremen, aber es insinuiert. Kontakt zu Neonazis vorgeworfen. Wobei, eben, was heisst Kontakt? Ich habe nie noch an Neonazideologien vertreten. Aber das ist perfide. Wikipedia hat gesagt, wir sagen einfach Kontakt, wir sagen nicht mehr, aber der Durchschnittstaser versteht sich darunter. Er ist ein der Lüb. Und das Griechtaner erkennt das, dass der Durchschnittstaser meint, zu sich selber Neonazideologien heisst. Ja, die haben mir auch mehrfach Nazi vorgeworfen. Und das dürfen sie auch nicht mehr sagen. Und ich bin damals wegen Daniel Ganser, er könnte sich zivilrechtlich wehren und ein Verbot gegen Personen oder Medien ihn als Verschwörungstheoretiker zu bezeichnen. Da hat er große Chancen. Zivilrechtlich ist dann mehr möglich. Das heisst, er greift Verschwörungstheoretische auf und stellt sie als realistisch oder diskutable dar. Da stellen sich dann eben die Rechtsfrage, wie versteht es den Durchschnittsmensch, wenn man somit an den Grenzen rumspielt. Erfolgreich ist der Kampf, dass man das darlegt, dass Wikipedia ein sehr gutes Organ ist, wenn es darum geht, die Fotosynthese erklärt rüberzukommen oder gewisse historische Sachen. Aber sobald es taggesaktuell wird, sobald es politisch wird, ist es am Schluss einfach auch ein Organ. Ich kann mich erinnern, ich glaube, jetzt ist es ein bisschen anders, aber vor zwei, drei Jahren habe ich googelt NATO und ich habe googelt Friedensbewegung und NATO hat mir einen riesen langen Artikel und dann hat es hier und auch Kritik gehabt, ich glaube, jetzt ist es ein bisschen anders, drei, vier Ziele Kritik über NATO. Dabei, weißt du, beim NATO-Doppelbeschluss sind ja Leute auf die Strasse, das gibt ja gute Gründe, um die NATO zu kritisieren. Und die Befriedensbewegung, das ist ja eigentlich ein geschützter Name, da ist ein bunten Haufen dort drin, weil einfach alle Leute Frieden wollen. Und da wird von Querfranc geredet, da werden Rechtsextreme hineingenommen und Kritik ist dann so riesenlang. Und wenn man diese Sachen nicht anleitet, zumindest die interessierten Leser oder Konsumenten, dann schaut das schon. Aber weil Wikipedia eben zu 90% gute Informationen hat, ist es irgendwie besonders perfid und wie unschlagbar und das Gleiche gilt ja auch für viele Massenmedien. Wenn man einen Spiegel oder einen NZZ liest die Sportberichterstattung oder andere Sachen die Wissenschaftliche Abteilung oder so, das ist ja alles seriös und gut und dann hat es einfach die Punktwelt, die Sachen, die auch nicht wirklich gelogen ist, aber wo ein völlig verzerrtes Bild dargelegt wird. Und das ist ein Kampf, der langsam aber ein bisschen zu kippen scheint dank der Demokratisierung, die durch das Internet passiert und am Schluss dank dem Donald Trump, wo man kann sagen, er hat die Welt, wenn man ihn nicht mag, wo man sagen, er hat die Welt wirklich erschüttert mit seiner Medienkritik. Also es ist, das Internet gibt natürlich die Möglichkeit, sich vielfältiger zu informieren aus verschiedenen Quellen. Traditionell hat jeder einfach die Tageszeitung gelesen, vielleicht noch Radio gelöst und der gleichgesteuerte Medien, also dann ist natürlich viel perfider, aber auch heute ja, es ist ein ständiger Kampf und die Mittel werden halt auch missbraucht. Bei Wikipedia ist es so, die Struktur ist problematisch, die haben eine Struktur von Freiwilligen, die dann aus der Anonymität eine Art zu administrieren und freischalten. haben und ihre Macht geniessen. Die können mit Leuten aus der Anonymität mit Leuten spielen. Und mit fremdem Geld, wie sie zahlen die Prozesse aus dem Hals haben. Oder schon. Könnte man die daran nehmen, wo das stimmt? die sind anonym. Auf die kannst du gar nicht zurückgreifen. Sie können dort aus der Anonymität haben, so Machtspiele und Freude haben, die machen wir jetzt fertig. Das ist das selige Thema beim Internet. Eigentlich ist Anonymität etwas Gutes, was man meinungfrei äussern kann. Auf der anderen Seite, sobald Anonymität herrscht, wenn man es vergleicht, was auf YouTube geschrieben wird, wo man anonym unterwegs sein kann und Facebook, das sind zwei völlig verschiedene Qualitäten. Auf YouTube findest du viel mehr ehrverletzende Sachen und Beschimpfungen als auf Facebook. Aber trotzdem ist es gut, man kann anonym unterwegs sein, wenn man in einem totalitären Regime oder in einem Staat zu erleben, der sich totalitär entwickelt, eben doch man seine Meinung sagen kann. Aber eben auch für die Zuschauer Wikipedia, was besonders fies ist, die erwecken mit dem Gesamteindruck den Artikel über mich, einfach negativ, die, wenn mich negativ darstellt, das merkt man, die hat beschlossen, das ist auch einer, was man mit dem Gesamteindruck, es hat nicht so viele Stellen, die man festnageln konnte, der Satz ist unwahr und ihr verletzt, das hat ein paar gehabt, die habe ich löschen können. Antisemitismus, aber eben, es steht nicht wirklich Böses drin, aber es steht mehr über Antisemitismus, es steht mehr über Tierschutz, dabei hast du 50%... Antisemitismus, es steht praktisch nichts, und so, das ist eben die Manipulation, weisst du, etwas aufbauschen, andere unterdrücken und dann noch so ein bisschen, weisst du, so ein bisschen seriös dargestellt, mit vielen Links, zum Teil sind sie tot und da hast du fast das Gefühl, ja das ist eine wissenschaftliche Arbeit in die Seite, oder, seriös und so und das ist eben das, das ist besonders perfide, okay, es ist nicht so plump, wie wenn ein bisschen Arschloch, das ist eine durchschaubare Ehrverletzung, aber alles so durch und dann, ja das ist, das ist eigentlich, das ist perfide. Komm, wir machen einen harten Schnitt jetzt, wir können gerne ein anderes Mal darüber reden, ich könnte ewig darüber reden, aber zuerst können wir nicht, du klagst ja die Leute da wieder mit dem Thema, das Thema Rassismus, Antisemitismus und Juriststreit dann irgendwann mal Ruhe hast und wieder kannst du dich um den Tierschutz kümmern, vollständig, oder? Und jetzt würde ich etwas Spannendes fragen, weil, du hast mir mal erzählt gehabt, ich würde mich gerne zum Thema Leder ein paar Sachen fragen und es ist auch darum, dass man heute keine Pelze bekommt, das weiss jeder anständige Mensch, das macht, also der macht wirklich niemand mehr, also wir sind wirklich Minderheiten und wenn dann nicht extra oft und alle die Ignoranten gibt es schon, die in den Foren sagen, du bist Veganer und fressst seit Abend zwei Bratwürste, die Leute ausgenommen, oder? Nimmt mich jetzt doch Wunder, ich habe gemeint, wenn ich auf das Fell verzichte, alle herzige Tiere, die nicht mehr leiden müssen, als all die Nerze und für mich auch andere Tiere gibt, aber ich habe gemeint, wenn ich jetzt zum Beispiel Lederschuhe kaufe oder Ledertasche, die ich auch habe, wenn ich die jetzt kaufe, dann wird quasi aus dem Abfall, sage ich jetzt mal ordinär, von der Nahrungsmittelindustrie, wo ja auch Kühe und so getötet werden, dass man quasi die Haut oder Recycler, aber du hast mir gesagt, das sei nicht so. Also ich habe das auch lange gemeint, also da werden vor dem Schlachthof das Fell, dass Läder verwertet, mehr oder weniger so kleine Abfallprodukte, ich habe mir mal erkundigt, wie gross das die Wertschöpfung sei für Läder, das ist ja auch noch ein Punkt, etwa 10%, also mit anderen Wort, der Mäster oder die Tierhalter verdienen wenig am Läder, und dann habe ich mir gesagt, ich unterstütze die wirtschaftlich auch nicht gross. Das heisst, wenn sie 90 Franken kosten haben, zum Kuhn... Vom Gewinn ist 10,2% aufs Läder, also das ist ja relativ wenig, dann finanziere ich die nicht so gerade primär, wie wenn ich Fleisch esse. Moment, wird jetzt doch das Fleisch benutzt, jetzt wo die Hüt benutzt, das Läder, wird das für die Diaknoven, die geschlechtert worden sind, oder werden die Tiere eigens bezüchtet und geschlechtert? Also jetzt müssen wir, eben, das ist eine chronologische Sache, in der Schweiz werden Hüt von Kühen irgendwie auch genutzt. Und früher ist das eigentlich auch die Läderquelle gewesen, auch von unseren Eltern oder meiner Jugend. Und inzwischen hat sich auch Dadenmark völlig revolutioniert, wie überall spezialisierig. Spillige Sachen kommen aus China, und Läder kommt aus Bangladesch. Und das Einheimisch produzierte Läder, das spielt gar keine Rolle. Also wenn du, das ist völlig quasi irrelevant im Markt. Wenn du in Ladegasschuhe irgendetwas kaufst, Lädersitz im Auto, ist auch so ein Unsinn. Die meisten Mittelklassenwäge müssen einfach Lädersitz haben, grosse Flächen. bei Kunstlädern würde es genauso tun. Man schwitzt eben mehr bei Kunstlädern, aber Tesla bringt jetzt ein vegan Model raus. Ja, dann kann man ein Textil sein. Aber ich meine, für so einen Umumpitz, einfach, es ist ein Statussymbolläder, da werden, das ist jetzt ganz spezialisierte Industrie in Indien, Bangladesch, in Indien, Kühe. In Indien wahrscheinlich exportieren nach Bangladesch, das ist auch so eine religiöse Heuchlerei, die dürfen heilige Kühe, dürfen sie nicht schlachten, dann dürfen sie die brutalste Art und Weise exportieren, auf langen Tiertransport, extrem tierquälerisch, einladen, scheuesslich, wenn man mit denen umgeht, dann werden sie in Bangladesch dann ermordet, dann sind die Inder fein raus, Gewöhne machen es gleich, und das geht einfach extrem bestialisch zu und her, dass man die schlachten würde wegen dem Leder, wäre eins, aber das ist irgendwie einfach so eine primitiv, primitivie Kultur dort. Ich meine, da haben wir ein paar Bilder eingeblendet, da sehen wir. Ja, links oben sieht man, die Kuh in Bangladesch ausgeladen wird, die werden einfach zum Karren ausgegangen, die brechen sich nach einer Hüfte und Beine, das kommt nicht darauf an, sie werden sowieso geschlachtet. wird jetzt einfach am Hals rückwärts herausgezerrt. Ja, wie es gerade kommt, oder dann gibt es Bilder, die im Karren da laufen, so auf den Kühen herum und einfach, wie ein Tote war und in dem unteren Bild einfach unter erbärmlichsten Bedingungen werden die gehalten und transportiert, die Toten und die Lebungen sind da durcheinander gemischt. PETA hätte ich wirklich gemacht, oder? PETA und rechts oben ist so ein Transport, die sind nicht nur vollgepfercht und das sind dann lange Transporte, vollgepfercht, da können wir nichts rüber, hat man dann einen Strick durch den Nasenring durch, sind die alle aneinander hingefesselt. Und wenn einer reisst, dann... Ja, einfach, es ist wirklich, es ist grauenhaft und das ist das Leder, die wir kaufen. Das muss man sich Also blödgesagt gibt es keinen Unterschied zu... Also vom Leiden her, wenn man jetzt Fell oder Leder kauft, ist man schlussend etwas Gleiches, oder? Oder würdest du sagen, ich würde... Ja, es ist immer schlecht, was noch schlechter ist, aber es ist auf dem gleichen Niveau. Es ist absolute bestialische Tierquälerei, die nicht mehr ziehen müssen. Das ist schon krass, diese selektive Wahrnehmung, wenn wir aufgewachsen sind, das kann ich mich erinnern, ich glaube, hätte es vielleicht gerne so kulturelle Hintergründe, wie es zur Bibel geht, oder? In der Bibel steht immer da mit den Fischen und Fischer, oder? Das ist etwas Gutes und so und dann hat man ja seine Kinder, ja, Fische kommen ja töten, Fische haben ja keine Mimik, man sieht es leiden weniger an, oder man sieht nur das Mund auf dem Zugang und das ist der Replic. Und später lernt man dann zu, man merkt, man werden, wie soll ich sagen, humanistischer oder tierfreundlicher, sage ich mal, und erkennen gewisse Fehler und dann tun wir eben zum Beispiel mit grossen Wort Fälle anprangern, aber auf der anderen Seite haben wir das Leder, das von der Masse her wahrscheinlich noch viel, viel, viel grösser ist, als das... Das stimmt, das hat ja völlig recht, von der Masse her. Und darum ist es richtig einfach, auf den Nerden zu verzichten, weil wir es den Nerden gar nicht leisten können, oder? Es wäre auch einfach, auf alles Leder zu verzichten, aber es ist einfach, etwas zu schimpfen, was einen nicht wirklich interessiert. Und wie denkst du, wird der Trend sein? Werden die Leute hier weggerüttet werden? Werden wir dann verstehen, dass Leder der gleiche Scheissdreck ist und von dem distanzieren? Also erstens muss man sagen, generell bei den Konsumenten, die haben meistens veraltete Vorstellungen, wie wahr produziert wird. Oder früher wurde die Leder völlig anders produziert, das war wahrscheinlich ein inheimisches Leder. Abfallprodukt, es war ein teures Produkt, es hat nicht jeder in grosser Masse Vermögen und dann hat man immer noch die, ja, das ist ein Abfallprodukt und so und still und leise entwickelt sich der Markt, bis man auch mal realisiert, dass die Billigware aus China kommt mit Kinderarbeit, mit weiss ich was, das sickert einem so ganz langsam mal ins öffentliche Bewusstsein, aber ganz lang nicht und hat man immer noch Vorstellungen, die Leberleder ist relativ harmlos, Pelz ist schlimm, aber das ist eben, da hinkt die Öffentlichkeit hinter der Tatsache her und vor allem Konsumenten will es eher lieber gar nicht wissen. Das mit den Lederkühen ist eigentlich schon lange bekannt und es wird immer wieder versucht gemacht von Tierschutzorganisationen das bekannt zu machen. Bei den Veganern kommt das an, aber in der breiten Masse von den Konsumenten kommt das nicht an. Man will es genau so wenig wissen wie die Pilz oder und natürlich das mit dem Leder noch schlimmer, quantitativ viel schlimmer ist noch, dass wenn die Gast auf die Strasse fragen, das wissen wenig und sie wollen es auch nicht wissen. Das ist immer unser hartnäckiger Kampf, dass das einfach immer wieder doch irgendwie langsam bekannt wird. und du hast noch mal etwas zu zeigen gehabt, weil gerade bevor wir aufs Ende gegangen sind, das ist von der Thurgauer Zeit etwas gewesen, glaube ich. Ja, einfach der tägliche Umgang mit Tierquälern, ich könnte mir das nennen. Da hat einen Jugendlichen einen grossen Fisch einen Meter langen Zander gefangen mit der Angle und der ist abgebildet mit dem Fisch, der Fisch ist fast so gross wie und der ist als Held zehnminütiger Kampf oder ist der Titel. Also das ist ein ganz grosser Held, der hat gegen das wehrlose Tier zehn Minuten gekämpft. Das ist ja eine grosse Heldentat, dass man das mit einem halbseitigen Bild und kann man das zeigen? Ich habe das noch nicht online, glaube ich. Oder hast du gesagt? das ist jetzt die aktuelle Ausgabe, sie kommt in den nächsten Tagen online. Ich finde es ein schönes Beispiel, wie es wirklich zeigt, wie ignorant, da erzähle ich mich durchaus dazu, wir mit dem Thema umgehen. Ja, ja. Ich finde es auch. Hier ist ein Log. Ich probiere mal, das auf die Kamera zu halten. Vielleicht kannst du mir sagen, ob man das einigermassen gut sieht. Genau. Da sieht man auf der linken Seite den Jungs nach seinem Tatschentang. Und eben, es ist als Heldentat. Es müsste ja auch darstellen, wer was ist das für eine Tierquälerei. Müsste ja der Titel sein. Nein, es ist ein Heldentat, grossartig, und 10-minütiger Kampf. Da muss man sich vorstellen, was hinter einer 10-minuten-Stat. Einer, der hier steht, der so macht. Das ist ein Fisch mit Kraft. Den können Sie nicht einfach in das Boot reinreissen, sonst reissen Sie noch zu angeln. Dann trillen Sie 10-minuten- bis zur Erschöpfung Drillen, heisst es dann. Ich muss ihn ein bisschen nachlassen, den ziehen, bis der Fisch einfach vor der Erschöpfung sich nicht mehr gross wird und dann wird reingekommen. Es ist ein zu Tode quälen. Und das gilt dann in der Durchgau-Zeitung als Heldentat. Und dann versticken Sie dann meistens draussen? Oder man lässt es dann leicht versticken? Ja, jetzt kommt noch Folgendes. Der hat mir jetzt, ich habe gerade ein Schreiben übergekommen, geste, also zwar ein Kollege von dem, der gesagt hat, das sei unfair, der hegt den Fisch gar nicht dort, sondern wieder reingehängt. Also das macht für mich, wenn es überhaupt stimmt, das gibt es einig. Der hat vielleicht gedacht, was will ich mit so einem grossen Fisch. Es gibt ja Fische, die tun die Fische grundsätzlich reingehängt. die wollen gar keinen Fisch. Viele haben es gar nicht gerne. Einfach nur den Kick, um jetzt da ein bisschen Tierquälerei als Hobby und mit dem Fisch zu spielen. Das ist Catch and Release heisst die Methode. Das ist bekannt, dass man einfach nimmt es ab dem Hang. Aber das macht die Situation überhaupt nicht besser. Die Fische sind dann zum Teil schwer verletzt. Und leben dann für noch Wochen verletzt. Die Leute würdest schon der Playstation kaufen. Und ich habe das gesehen, das gibt eine gute Dokumentation, als ob du die kennst, wahrscheinlich schon. Sharks, Shark, Shark, ich weiss den Namen nicht mehr. Der Typ ist jetzt leider gestorben an einer Infektion. aber der war 1925, 30-Jährige, der hat die Dokumentation gemacht und zeigt, im Recht drinnen sind das 200 Millionen Haie, die jedes Jahr umgebracht werden. 200 Millionen, also über 100 Millionen Haifisch und zwar angeblich afrodisiaktisch was immer. Was immer ist, die haben eigentlich nur die Haiflossen abschneiden und haben es also ganz Eindrücke gezeigt. Wie heisst der Film Shark? Den haben wir vergessen leider. wieder so verletzt die können nicht mehr steuern. und dann hat es wirklich gefilmt, wie es einem das abhaut, die Flossen abhaut und ins Wasser fällt. Und dann sieht man also den Fisch wirklich runterfallen ins Wasser bis er am Grund liegt. Und am Grund liegt sieht man einfach dort liegen. Er blutet ein bisschen und dann sagt der, der, der das bespricht, so ein Haie kann oft noch bis zu zwei, drei Tage weiterleben. Elend. Wie sie wollen den Fisch gar nicht haben, sie wollen nur Flossen haben. Und am Anfang der Dokumentation heisst es auch eine Anzahl Tote pro Jahr durch Haie oder so, dann heisst es fünf oder sechs und dann heisst es als nächstes Anzahl Tote durch Getränkeautomaten und dann ist in Japan in der Zeit etwas gewesen und dann zwölf Leute gestorben. Ich weiss nicht genau was es ist und etwas mit einer Chemikalie oder mit einem Gas ist etwas fungiert worden und dann sind Leute dann automatisch gestorben. Und dann heisst es auch bei der Berichterstattung immer, ein Mensch von Haie gebissen worden. Und in dieser Dokumentation sagen zum Beispiel die meisten Haie, die jemanden anbeissen, die beissen gar nicht zum Menschen töten, sonst ist mehr Neugier ein und dann würden sie verfressen. Und das ist auch so eine Verzerrte. Wie viele Haie sterben durch Menschenhanden, das wäre eine ganz andere Zahl. Das ist ja die Dokumentation, die Dokumentation sagen sie im Jahr sterben, in einem Leben sterben. Das Raubtier, Haie, wo wir alle so Angst haben, etwa 5 oder 6 pro Jahr, töten wirklich einen Menschen. Das wird so aufgebaut, und es sterben 200 Millionen. Millionen, die man abmorgen dort wird. Und die verzerrte Darstellung ist schwierig, aus den Köpfen rauszukommen. Ich verstehe es auch mir selber, dass es fressen kann. Es ist einfach wie, es ist so tief wie sie. Ich habe es schon gesagt, ich habe es lustig gefunden, wie konservativ wir sind. Ich bin selber ein liberaler, freier, ich wollte fortschrittlich sein. Ich habe es lustig gefunden, wie konservativ alle Menschen sind. Auch die liberalsten, linksten, rechtsten, rechtsten, was immer, beim Fressen fressen sind wir da, wo sie Kindesbeine essen. und man bringt das fast nicht mehr weg. Und im Zusammenhang mit den Tieren ist es einfach wahnsinnig schlecht und schlimm. Und ich glaube, wenn man in den Online-Fahren unterwegs ist, die sagen, ich fresse zwei Bratwurst, weil du Veganer bist, die Leute sind zum Teil extrem aggressiv gegenüber Veganern und werfen den Veganern wieder missionarische Haltung Gefahr, was zu einem gewissen Teil stimmen, dass die finden, es ist eine gute Sache, vegan zu leben und sollen dafür einstehen, so wie andere für die SVP oder Christentum oder Atheismus oder was auch immer. Aber sie selber verhalten sich in einem sehr grossen Umfang extrem aggressiv und ich kann mir lange überlegen als selber fleisch essender mensch wieso das ist. Ich kann es gar nicht anders erklären, als dass die Leute intellektuell nicht im Stand sind, einen Schritt zurück zu machen und sich selber als schlechten Menschen zu qualifizieren logische Erklärung. Wenn es einmal heisst, Veganer halten sich für etwas Besseres, dann muss ich sagen, wenn zwei Menschen ein identisches Leben führen und der eine davon ist Veganer und der andere isst Fleisch, dann ist es völlig logisch, dass der, der kein Fleisch isst und kein Leiden produziert, ein besserer Mensch ist. Das ist eben der heikle Punkt. Niemand möchte sich auch andeutungsweise als schlechter Menschen dargestellt müssen empfinden und das ist die meisten Menschen die irgendwie normal sind wissen mehr oder weniger was abgeht mit diesen Tieren sie wollen es aber nicht wissen weil sie wollen sich nicht eingestehen es gibt wenige die sagen ich bin ein egoist ich schaue für mich und was andere das sind wenig die meisten wollen immer noch das image von einem guten menschen aufrecht erhalten und wollen das verdrängen das ist ja das verdrängen der menschliche weltmeister im verdrängen von Sachen die nicht zur Kenntnis stören und einer der nicht auf Fleisch verzichten weil er das Gefühl hat aus verschiedenen Gründen das sei ein grosser Verzicht der will nicht wissen was er für Elende mit anrichtet der tut das schön reden im inneren Dialog oder mit Gleichgesinnten ja das ist nicht so schlimm wird immer übertrieben wir haben gut Tierschutz Gesetz und ich weiss wo ich Fleisch kaufe bei Metzger kennt den Bauern und jeder wo ich frage der sagt ich weniger als früher ja 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 das und jetzt kommt jemand und nur durch seine Anwesenheit ein Veganer muss gar nichts sagen wird er schon unter Umständen schräg an Milch ab wenn er im Restaurant für mich vegan dann triggert das ja das triggert also die wissen ja genau dass der recht hat Veganer erinnert was eigentlich lieber verdrängen und da kommt Abwehrfront das will man nicht also Abwehr und Aggressivität ist fast gleich wenn man etwas ablehnt ist man gegen das aggressiv und so kommt die Aggressivität entstanden nicht bei allen also viele aufgeklärt Menschen kreisen wie ist Veganismus akzeptiert heute aber eben in so konservative Masse wo einfach nichts ändern ist das einfach das ist der psychologische Mechanismus das ist völlig klar ich denke obwohl ich ja super finde was du machst und es ist extrem wichtig dass du machst weil es hat ja eine Wirkung auf die Leute aber wenn ich langfristig denke wie die Menschen geheilt werden von den nutzlosen Liederzeugen dann muss ich sagen meine ganze Hoffnung ist am Schluss auf dem künstlichen Fleisch weil damit das wirklich produziert werden in einer günstigen Art das kaliden mehr involviert ist und wenn dann noch 2-3 Generationen das künstliche Fleisch essen dann kann man nicht mehr sagen ja das ist künstlich wenn man sieht wie das Fleisch entsteht das man aus den Fabriken bekommt man sagt dann lieber das künstliche Fleisch aber wahrscheinlich braucht es noch mal 50 oder 70 Jahren und irgendwann in 100-200 Jahren kann es wirklich sein sagen was wir gemacht haben ist eben wirklich ein Verbrechen der Menschheit und die Leute werden sich denken wie hätte man so grausam sein ich glaube nicht dass das künstlich Fleisch zukunft ist es hat ja viele Probleme erstens ist es gar nicht das was man will auch kulinarisch werden immer noch Tiere tötet und ob das kommt oder nicht gesünder ist es nicht als richtiges Fleisch und das ist jetzt deine Hoffnung weil du noch das ess ich denke nicht mal an mich selber wäre das für dich ein gangbarer Weg und das andere dunkel dich noch nicht gangbar aber wenn man mal den Weg gegangen ist stellt sich die Frage gar nicht mehr nach der Umgewöhnungsphase ist das alles gar kein Problem mehr dann frage man sich für was ich brauche das tief unserer kultur verankert ist dass etwas noch tausend Jahre uns bleibt das fischen jagen töten ja es ist die Frage wollen wir höhlerbewohner bleiben oder wollen wir endlich zivilisierte humanistische menschen werden das ist die Frage und da gibt es natürlich auch es grosse menschen in der masse die innerlich sind das noch höhlerbewohner in der Mentalität eben und die werden das bleiben und darum das ich sehen dass man kann nirgends sagen jetzt die fleischproduktion mit lebenden tier mit füllenden tier unterbinden ist dass man alternativen hat wo mehrheit der menschen akzeptieren dass das vergleichbar ist ja ja vielleicht die alternativen haben wir haben so viele vegane alternativen und mindestens gleichgut oder sogar noch besser sind als zu tierischen produkt dort sehe ich zukunft aber du darfst dich schon an künstliche fleisch hoffn nicht drauf setzen ich denke nicht an mich selber das ist das Thema aber ich glaube auch nicht dass das die wende bringen sonst ist doch gleich aber erstens wir warten nicht auf das und ich bin skeptisch es muss der Schritt es ist dann auch nicht viel gewonnen für ich möchte mit Überwindung der Tierquälerei ein kultureller Fortschritt ist und das ist das ist nicht ethisch ich will das nicht und nicht wenn man einfach sagt ja wenn man mir etwas eko valent gibt dann verzichte das ist nicht ein gross kultureller Vorsicht aber es gibt noch andere Aspekte also natürlich Fleischproduktion ist ungeheuer der Umweltzerstörer Nummer eins mehr als Klimaveränderung ist tierische Produktion wichtiger als ganz Autoverkehr also CO2 mässig meinst du ja ja und auch Gewässerschmutzung also die Landwirtschaft mit tierischer Produktion das ist eine ungeheuer aber noch künstliches Fleisch wird wieder die Lösung oder Energie und Wasser Verbrauch ist vielleicht gar nicht besser als normaler Fleisch das ist sehr ganz aufwendig zum herstellen aber das sehen wir dann ich sage nur ich kann nur sagen ich sehe nicht die Lösung wenn es das mithilft ist ein gut und recht aber es darf nicht davon abhängen und ich bin skeptisch ob technisch das bringt was die und lustig wird es natürlich eine überlebensfrage von unserem planet dass man nicht so mit der tierischen produktion global enorme auswirkungen soziale umwelt schützerische und gesundheitliche aber blöd gesagt es ist nicht darum dass man gegen Fleisch ist man ist dagegen das Tier leiden jaja ich verstehe deine Bewegung schon also du setzst jetzt die hoff nicht darauf also ich rede nicht noch mal es geht darum ich über jahrhunderte denke du meinst so können man die massen erreichen so wie man vielleicht andere zum beispiel weiss auch nicht ich habe mal mit jemandem gerede hatte ein Buch gelesen über Sklaverei wieso es in den Südstaaten der Widerstand so gross und im Sklaverei abschaffen und der Grund war ganz einfach der wettbewerb und ein riesen business oder und es war ein kampf gegen die industrie und dort hat viele Leute die dagegen waren und man unterbunden aber die Leute die dagegen waren die Orte gelebt wo man keine Baumwolle gezüchtet hat blöd gesagt und das ist eine simplifizierung aber dass quasi durch eine Art Anblösung der Sklavereien passiert ist wo man sicherstellen dass es eine Art Möglichkeit gibt die ganze Wirtschaft trotzdem weiter zu führen natürlich es ist über Krieg gange aber solange an gewissen Ort und anderen hätten wir es nicht gehabt es auch ein Gefälle gegeben mit den gleichen Spiessen oder den Gewerbegenossen von den Nordstaaten und Südstaaten usw. Das wäre beim Fleischhörnaten etwas ähnlich Ja es ist ein guter Vergleich es geht übrigens bei der Klaver auch um Landwirtschaft der Vergleich ist auch deshalb sehr naheliegend aber du meinst ja die Menschheit sind weit gehend nah Jäger und und Höhlenbewohner in der Mentalität also ich bin nicht so pessimistisch ich glaube wenn es überhaupt einen kulturellen Fortschritt gibt für die Menschheit dann wird der Veganismus auch auf andere Art kommen weil die Gründe dafür ethische und nicht nur ethische sondern auch egoistische für ganz Umwelt die sind so stark dass ich optimistisch bin dass ein Wendepunkt kommt wir haben eigentlich heute dort sind es Nord-Südstaaten heute ist alles im gleichen Staat wir haben Landwirtschaft und Nicht-Landwirtschaft aber da musst ihr auch sehen in den Südstaaten wenn es geheiss es gibt keine Klaven ihr müsst ihr Arbeiter zahlen dann wäre ein Preis hoch gegangen dann war es dann es ist natürlich aber solange es erlaubt war solange Tierquälerei wie sie heute betrieben wird die Tierfabriken sind erlaubt obwohl wir es den besten Tierschutzgesetz haben was effektiv beim Tier ankommt ist nicht mehr viel Tierschutz dann ist natürlich jeder der wirtschaftlich nicht aussteigen das ähnlich zu machen aber wenn du das alles anhibst wenn wir jetzt würdest ganz wirklich echt streng Tierschutz Vorschriften erlassen dann würde das Fleisch verteuert das gäbe eine Selbstregulation das würde dann weniger konsumiert mehr anders das würde sich einspielen bei Sklaven wenn es kein ist Sklaven Ausbeutung wollen wir nicht mehr das sind freie Arbeiter die einstellen und konkurrenzfähigen Lohn zahlen das wären immer noch billige Arbeiter aber war billig die Sklaven viel Geld gekostet die Bauern haben sich massiv verschuldet um ihre plantagen aufzuziehen also Sklaven die Sklaven in den USA kaufen sind sehr teuer das heisst wenn man die Leute befreit hat viele Leute durch die ökonomische die völlige ich habe kein Mitleid mit denen nicht falsch verstanden aber es hat sich den Saarstag geführt und darum hat einen Krieg gebraucht um das Problem zu lösen natürlich aber ich glaube das ist was ich wollte sagen es muss mal du muss eine gesellschaftliche Veränderung Verbot von Sklaverei Verbot von Tierquälerei gibt es primitiv auch noch überzeugt sondern wenn eine gewisse Elite ein gesellschaftliches Denken durchbricht und ich habe das Gefühl mit dem Veganismus erleben wir vielleicht noch weisst wo die Medien in der Richtung die offizielle Meinung ist das ist richtig und das andere ist falsch da gibt es einfach Gesetzgebung da können wir nachher wenn mal viele Vorbilder vorausgehend der Bundesrat sagt ja Veganismus ist alles andere nicht verantwortlich das schwemmt eine grosse Masse mit lässt sich überzeugen und andere die sich nicht überzeugen lassen sind dann zu einer Minderheit die dann müssen also von daher ist es und heute ich sehe eigentlich die Argumente sind so stark und ich spüre schon wie immer mehr Leute offen sind und das einleuchten ich bin nicht so pessimistisch dass wir auf Kunst Fleisch warten ich glaube die Argumente dass man einfach sagt egal du was ich glaube nicht dass Kunst Fleisch die einzige Lösung ist das reicht ist das bewusst dass das Tier schlimm ist und dass die Umwelt zerstört usw wenn ich sehe wie du wie jungs die stecken auf rennst dann glaube ich dass das noch endst erleben für mich bin ich weniger optimistisch aber ich glaube das geht noch lange ja du eben man weiss es nicht ich habe nur eigentlich aus der Geschichte es hat so viele Massen wir sind in historischer Massenelände die Massentierquälerei ist ein historisches Ereignis das hat Stellenwert wie all die grossen Massenverbrechen die historische Sklaverei Hexenverfolgung ganz viele so Sachen die Massenverbrechen waren die irgendwie überwunden wurden man fragt sich nachher warum ist das so lang gegangen aber irgendwie ist das das Unrecht es ist so wie ein tipping point wenn du da drin steckst denkst das wird nie ändern alle sind dafür oder die Machthabende sind zb rauchen im restaurant ist so das nie auf irgendwo ist kipp die Krebsliga neue Generation man rutscht den Scheiss brauchen wir nöt oder was so wie immer und irren kippt und das ist ganz viele schwule feindlichkeit oder all das Zeugs die völlige unterdrückung oder eben die segregation von schwarz und weiss und so wenn man die nicht recht schritte wahrscheinlich weg über den vegetarismus oder das schritt direkt zum veganismus garten nein du flammere dich jetzt noch das vegetarismus ist überhaupt kein bisschen besser wenn du fleisch durch durch milch und eier ersetzt ist ist macht gar nichts gut für dir weiss vegetarismus heißt ja ich kein fleisch aber wenn es nachher fleisch mit so nicht kompensierst weil du denkst ja ich weiss mangel und dafür mich eier milch konsumierst du nüt fürs tier leid das habe ich auch lange nicht geschnallt ich habe schweizer fernse essen leute vegetarisch der gesundheit und wo ich 20 war die vegetarier eigentlich die minderheit oder nach kleiner minderheit als veganer da haben der eiweiss mangel und alles wüsste gesagt wurde und sind schräg angeschaut aussteiger und alternativer und so genau das gleich und die ernährungsberater haben gewarnt davon einseitig man braucht Fleisch und genau das gleich spiel aber dort hat es vielleicht noch eher man kann sagen man muss kein Tier töten oder zum Beispiel im Reform es gibt Reformhäuser die sagen wir verkaufen tierische Produkte aber nur solche die keine Tiere tötet werden also kein Fleisch und das stimmt nicht vor allem heute stimmt es nicht für Eirproduktion für Milchproduktion werden massenhaft Tiere ermordet massenhaft Küken werden männliche Küken das ist ja furchtbar und kälber und kälber männliche kälber vor der milch kühe die kann man für nichts brauchen die haben fast kein fleisch dran im ausland werden die am ersten tag schon umgebracht in die schweiz sagen sie man will es noch wochen leben und gut es sind eben auch tier spezialisiert als ich noch ein Junge hatte zwei nutz kühne die milch und fleisch alles heute hat fleisch rassen die werden gemästet einfach möglichst viel auf fleisch gewaltsuchten zum teil können sich nur noch schwer bewegen und die kühe die laufen wie einen sack über einen kleiderbügel oder ein knochengestell die sind so ausgemergelt einfach nur einseitig auf milchproduktion da ist gar nicht mehr viel fleisch dran sie werden zwar noch verwertet für hamburger und so aber es ist eigentlich es lohnt sich nicht die männlichen kälber zu mästen lohnt sich nicht darum werden die eliminiert die setzen zu wenig Fleisch an oder man nur nachziehen zur milchproduktion und da hat sich so viel zum negativen entwickeln auch still und leise das ist auch öffentlich bewusst sein von den konsumenten ist da noch jahrzehnte hin nach was mit den Hühner abgegangen ist ist zum teil für mich neu was man mit den Hühner gemacht von aussen hat man in den letzten zehn jahren keine veränderung gesehen aber was innerlich mit den Hühner legehen die lebenserwartung auch unter guter erhaltung von zwei jahren nach einem jahr sind die werden ein jahr intensiv genutzt 15 monate liegen jeden tag ein seiden das furchtbar und natürlich absolut 360 geier im jahr das macht die tiere so kaputt nach einem jahr sind die kommen in organschäden wir haben so Hühner gerettet in unserer Auffangstation bei bester pflege das geht nicht lange und dann kommen ihre schäden und sterben frühe und innere Organe und furchtbare zwege die Hühner und die sind Wegwerfmaterial das höchste Leistungen bringen und nachher sind sie nicht mehr wert und werden umgebracht massen auf den transport wie die dann umgebracht werden biogas verarbeitet das ist tierquäler eine hochkultur abgesehen von der haltung die tierquälerisch ist nach dann das einfangen ist nichts mehr wert da kommt so Flügel und Beinbrüche gar nicht an die werden unentsorgt wie irgendwie lebloses material und da und bei den Kühen kann jetzt nicht lang werden aber bei den Kühen ist auch so viel so in der Richtung falsch gelaufen das ist ein Tierquälerbetrieb und sogar wenn die Kühe auf der Weide rumlaufen das ist ein unheimliches Tierleiten dahinter also heute sagen Vegetarismus ist wenigstens ein halber Schritt ist gar kein Schritt weil die Vegetarier schreiten ja meistens nicht einfach die tierische Produktion insgesamt einschränken sondern sie essen mehr Fleisch und Eier die die lang leiden während dem Blödsinn ist fast besser wenn sie sechs Wochen sind ist das Lieden vorbei und wie gesagt das nicht vergleichen es ist ein Horror und das muss man beseitigen nicht was ist das ist das denken von der label ein bisschen weniger schlecht das ist gute tierhaltung tierwohl stimmt alles nicht es ist auch falsch wenn man sagt das ist besser als die konventionell haltung es ist ein bisschen weniger schlecht und das ist nicht lösen die Lösung ist weg mit dem Zeug wir brauchen es nicht wir tun uns gesundheit noch etwas einen guten dienst auf das verzichten es ist einfach wahnsinnig brutal die informationen zu hören und zu verdauen wenn du selber Fleisch fressen ich esse fast kein Fleisch mehr ich meinte irgendeinen Fortschritt gemacht warum wird ich so angefindet da treffe ich schon Lebensnerv das ist bedrohlich wenn du einen Hund möchtest einen Knochen wegnehmen ich fände es schon gut wenn du maximalen Erfolg hast ich mich erinnert wenn du im Thurgau in den Beiz bist und vegetarisch will essen dann sagten das Menü ohne Fleisch oder einen grünen Salat einen Salatteller das ist vorbei zum Glück es gibt eine Entwicklung das stimmt und darum hoffe ich dass Veganismus Erfolg ist weil am Schluss es gibt so viele gute Alternative ich sehe es auch ich schaue im Raum auf ihnen möglich ich habe das nicht entschuldigt was ich mache ich will das nicht gross ausbreiten ich bin mir dieser Thematik sehr bewusst und ich freue mich auch dass du obwohl ich Fleisch esse oder nicht vegan bin in meine Sendung kommst und so gut erzählst und mir noch nicht den Kopf abgeschlagen hast aber ich merke du bist hast du den Henker schon bestellt das auf die Uhr schaust nein ich dachte dass es jetzt Schluss wird ich habe sonst noch etwas sagen es hat ja den Vorteil den wir haben wir haben eigentlich alle Argumente und die die dagegen sind keine Argumente und die Argumente müssen wir einfach gut aus spielen was ich jetzt relativ neu bin meine Vision der veganen Welt die auch landschaftlich derartige Auswirkungen hat das muss jeden normalen mensch locken wenn du vorstellst wie unser Mittelland wie es heute aussieht und immer mehr aussieht ausgeräumt Äcker bis den Horizont Maisäcker nachher vergiftet trostlos verarmte Landschaft nur wegen Tierfutter also Tierfutter braucht ja drei Viertel von allem oder zwei Drittel je nach Tierart also sehr viel oder neun Zehntel sehr viel mehr als die pflanzliche Ernährung also wenn du vorstellst wir würden jetzt alle auf Veganismus umstellen bei gleicher Selbstversorgung dann könnte man sagen auf 20% von unserem Landwirtschaftsland Gemüse Obst anbauen 80% ist frei Naturlandschaft Naturschutzgebiete Almenden einfach Landschaft schöne Landschaft renaturiert heute gewässer renaturiert ich bin dafür dass man die Landschaft renaturiert wieder so ein bisschen Büschwälder einfach vielfältige Landschaft wo sich die Leute auch darauf bewegen heute läufst auf dem Feldwegli links und rechts Elektrozaun oder die Wiesen ist so vergüllen dass nicht einmal der Hund springen lassen also man hat nichts mehr von der Landschaft es ist wieder schön dann darfst du dich drinnen bewegen oder das wäre dann nicht mehr so man könnte wieder wirklich eine ursprüngliche Landschaft herstellen vielfältige Nutzung zum Teil Freizeit Beschäftigung so wie wenn du auf Talman Frauenfeld gehst oder Talman Zürich wo am Wochenende die Leute sind das einzige Gebiet wo man weg vom Asphalt Freizeit betreiben und das wäre dann zusammenhängend hätte man so Gebiete zwischen den Naturschutz Gebieten die von Menschen geschützt sind aber nicht einfach Naturschutz sondern Landschaft die gepflegt wird die genutzt werden das ist so verlockend und wenn du denkst was braucht es dafür vegane Ernährung ich habe ein halbes Jahr Ungewöhnung und dann ist es geschafft also weisst Daniel du hast Köpfchen einschalten und nicht mal die Angst zu verlieren ich empfehle dir und allen die Angst haben vor diesem Umstieg beweisen dass ihr noch einen Willen haben eine Willen Stärkung nicht einfach waschleppen die einfach wie Instinkt gesteuert wer das nicht schafft der ist einfach völlig Instinkt gesteuert ich kann Fleisch gerne also wenn man etwas gerne hat dann ist erlaubt es gibt Menschen die gerne Frauen vergewaltigen es gibt Menschen die gerne Kinder das kann doch nicht in einer Zivilisation und und auch sondern immer steht sich es geht nie um zu überleben es ist reiner luxus und lust sache rein instinkt sache ich bin gewöhnt ich kann mir schwer vorstellen das ist so eine Willensschwäche nur schon für das das allein wäre ein Grund mal mit veganismus ernst zu machen zum sich selber beweisen ich habe einen Willen ich bin nicht ein Drogenabhängiger und Entsüchtigen ich beweise das mir ich kann das umstellen nach einem jeden Tag kämpfen nach einem halben jahre ist das verbierst ich gewöhnt und dann sie ist eigentlich gar nichts was ist das ist die bittere ironie mit meiner biografie weil ich habe in meinem Leben noch nie ein Bier getrunken ich noch nie besoffen noch nie ein Glas Wein ich noch nie noch nie geraucht noch nie gekiffet noch nie einen Rauschzustand und ich habe mein ganzen Leben noch nie einen Kaffee getrunken bis auf Kaffee habe ich die gleich Biografie wie abzähl von Kaffee ich habe an all den Orten an allen Stärken bewiesen ich mache regelmässig Sport ich mache alles weisst du was der Unterschied ist ich angefangen aber ich doch einen gebrauchten soviel es nur klaren Geist aber nicht so einen das braucht es einfach Intelligenz aber das andere eine Gewohnheit ändern das geht das spielt mir aber ich habe immer in dieser Zeit und das alles nicht gemacht habe jahrelang einen Willen bewiesen und mich rum haben Leute gesoffen Schlappschwanz zum glück bist du Fleischässer und jetzt hast du eine Chance in deinem Leben von einer Gewohnheit wegkommt ich bin auch mal letztendlich ausgewichen dass du in jede Situation kommst jetzt habe ich und Sex habe ich noch Sex und Fleisch aber Fleisch fast nichts mehr Sex musst du gar nicht schädigen das darfst du nicht schadden jemandem so lange nicht im gesetzlichen Rahmen betrieben ist es ja gesundheitsschädlich nicht umweltschädlich hast du erotisch formuliert so lange man es betreiben das Sprichwort stimmt nicht alles im Leben ist entweder ungesund illegal oder macht dick ja das hat Prisci Pardo gesagt alles was Spass macht macht dick oder ist verboten aber stimmt nicht das ist nur wenn man ein bisschen falsch politisch es gibt so viele feine Sachen und schöne Sachen im Leben das ist wenn man auf einem krummen weg ist ist das so wenn man einfach mit der Masse schwimmt und sich mit so so Zeugen oder ja das eine ist unmoralisch und so andere ist ja ja also aber es ist nicht also ich glaube der Schritt zum Veganismus ist ein Weg zu in der Kirche in dem Satz selbst macht dick oder ist verboten mit man sagen uns wird man alles vorschreiben wenn man unser Leben gestalten eigentlich ist es ein Satz für den Liberalismus weil alles ist verboten selbst man darf ist fressen und alles andere darf nicht mehr weil Sex System sind verboten und ja ja klar es ist der Weg zum Veganismus ist ein grosser Schritt zum Lebensqualität es ist auch wenn du den Weg gehst du überhaupt einmal überlegen was ist Lebensqualität das löst viel mehr auf als einfach sagen das ist sich nicht du musst dir auch überlegen was was will ich eigentlich was macht mir wirklich Freude ist es jetzt einfach das Essen das ist auch so fixier die dass die meisten Menschen Sex so wie hohen Stellung Wert hat und es gibt so viele schöne Sachen und du kannst mit mit Veganismus lösen du bist nicht mehr beteiligt und denkst drüber was kann ich essen und kommst ins Denken was macht meine Lebensqualität aus es gibt anderes feines Essen es gibt neben dem Essen andere schöne Sachen warum nicht den Schwerk Punkt an errichtet Natur geniessen in der veganen Welt ist das zukunfts ist das viel einfacher dann haben wir viel mehr Natur also das wird mehr als kompensiert der Schritt zum Veganismus Ich habe noch einen Zufluchtsort wo ich mich moralisch aus den Schlingen rausziehen ein Fleisch Essen oder ein vegetarischer Mensch der kein Kind hat wie ich hat am Schluss in der Welt Besseres bewirkt als der konsequenteste Veganer der zwei Kinder auf die Welt setzt und nach Fleisch fressen Das ist wieder ein Meister ein Stück zum Ablenken Man findet immer noch etwas Schlechter Nach dieser Methode kannst du Menschen umbringen und alles rechtfertigen Es gibt immer noch einen schlechteren Mörder als wenn du es umbringst Es gibt immer etwas Schlechter Aber du musst dich nicht was ist noch schlechter sondern was ist besser orientieren Ich kann das verstanden Ich habe das mit dem Auge zwingen Und Veganer ohne Kind Ich habe vier Kinder gehabt Hast du Ja Aber heute will ich das nicht mehr Einfach mit Blick auf Zukunft Ein Teil von denen Essen vielleicht Fleisch oder? Zwei sind fast Veganer Einer weiss einer nicht und der dritte weiss man nicht recht Also in der Bilanz der biologische Fussabdruck können wir unsere Nachkommen mit Einbeziehenden ist bei uns etwa gleich Ja ja gut also das ist ein Thema für sich ich möchte jetzt über Bevölkerungstheorie Politik ob es jetzt was besser ist wenn sich Schweizer fortpflanzt oder einfach fremde Kulturen reinlässt das ist ein heikles Thema ich möchte mich aus dem nicht gross äußeren nur andeuten also einfach jetzt ich glaube nicht dass das Verzicht auf Kinder unbedingt die beste Methode ist generell mit einem zwei Kinder Durchschnitt in zwei Kinder gibt es eine Bevölkerungsreduktion im Schnitt was doch eine gute Sache wäre oder ja eben also man muss nicht auf Kinder Familie nach viel ich würde sagen mit dem ist am Schluss ist es wahnsinnig kompliziert wenn man effektiv altruist ist ich habe das nicht wegen dem kein Kind aber effektiv altruist ist und wirklich ausrechnet wo ist mein Frank am best investiert z.B. ein Fleischesser das 100 Veganer erzeugt weil er ein Unternehmer ist der Millionen investieren für Veganismus kann am Schluss mehr gut zu tun als der grösste italistische linksextreme Veganer die einfach da ist und kein Fleisch essen aber viel weniger Impact hat als jemand der Geld verdient hat selber Fleisch isst aber etwas gut zu tun Das ist so ein verlaggner sich Ja das ist das funktionale denken Daniel das kann jetzt da könnte man bis zb tut natürlich ein Fleisch esser wo jeder Tag Fleisch isst und sagt ich halbiere das nur nicht zwei Tage der tut mehr für die Sache als ein Veganer der jetzt sich beschliesst auch die Nahrungshilfsmittel die E-Nummer die tierische Herkunft sind auch noch zu verzichten mit die Milligramm oder der Schritt tut weniger das ist aber ein Funktionals Denken du kannst das so anstehen gibt es ethisch auch wenn einer das rechtfertigen nicht dass du das kannst nicht einfach ethisch kannst nicht alles so kompensieren wenn du beteiligst kannst nicht sagen ich tue dafür sonst viel gutes und so das ja gut wenn man sich allein das resultat und ich finde die idee effektive altruismos ist interessant dass man schluss sagt es hat das resultat wenn in der schweiz ein blindenhund züchter 50 oder 100 tausend franke kostet und ich ein blindes leben erleichtern ich kann aber in Indien für das 4.000 Leute sehnt machen dann muss man vielleicht kann man so überlegungen anstehen aber für dich persönlich nicht also ich mache mich weiterhin unethisch verhalten ich mache aber auf der anderen seite viel gutes nah dann darf ich das und so das ich bin zum glück atheist ich habe keine angst vor dem hölle feuer aber sonst hätte ich aber am schluss geht es mein ethisches empfinden sag mir mal wieso dass du da hockst und willst die welt verändern oder problem diskutieren als atheist du glaubst nach dem tod ist fertig du bist nur du bist also nur chemisches produkt was du da auslässt ist chemisches elektro elektrisches produkt es gibt die grosse frage was bewusst sie ist und so aber grundsätzlich wenn ich tot ist schluss ja also meine existenz mit dem was ich bin ich muss bewundern wieso dass du mit so viel energie durch die welt gehst und irgendwie aktiv und auch noch einfluss nehmen auf die welt und so für was denn nachher ist alles draus aber jetzt sind wir da machen das beste draus ja wegen der hause zeit ist natürlich also der jenseits gut ist ein besserer mensch ist der bessere mensch der nicht an jenseits glaubt und doch gut tut ich glaube depressiv ich glaube nicht dass das schluss ist das bewusst sein das ist etwas immaterielles das heisst wir kommen wieder das weiss ich nicht so genau aber es ist etwas immateriell im mensch ist das leben schau darum kannst du nicht einen Menschen zusammen konstruieren du kannst völlig physikalisch wenn man könnte einen mensch völlig physikalisch reproduzieren dann würde nicht leben das kommt nicht aus der materie ebenfalls wenn einer stirbt in der Sekunde in der Sekunde der nicht der körper der art verändern dass er jetzt da ist ein lebiger körper und dann tot in der Sekunden bruchteile wo die zähl verschwindet wo du stirbst wo alles aufhört das ist dass du kannst es gibt so viel wo du dir physikalisch ein gutes Beispiel dazu da habe ich immer darüber nachgedacht ich habe mich mal mit intensiv mit hypnosen und suggestionen und all dem befasst und was macht es eigentlich und dann bin wenn du einem jetzt suggerierst er soll eine Bewegung machen in der hypnose dann macht er dir das machen wir jeden Tag selber mit uns auch wenn ich jetzt das heft innehmen das ist ein gedanken etwas immaterielles löse ich mit dem gedanken hirnström auf oder meine arme bewegen aber zuerst muss der gedanken da sein und da ist die frage den freien will hast die Gedanken zu fassen nicht wollen was man will es ist eine Frage wir wissen nicht sicher aber irgendwo gibt es auch eine Plausibilität jetzt hast das Gefühl wir sagen chemisches Produkt und irgendwie alles ist vorbestimmt also wir haben keinen freien Willen das ist irgendwie programm wahrscheinlich so wie ein Baum wachst das ist absurd das ist einfach absurd nein es ist also die Sache von Bewusstsein das große Rätsel was ist Bewusstsein Selbstbewusstsein und so weiter das ist wirklich eine ganz grosse Frage und die Frage von freien Willen ist auch eine ganz grosse Frage aber ich finde es nicht absurder dass es keine freien Willen gibt dass es eine gibt also die Wahrheit liegt wahrscheinlich mittig wir haben ein bisschen freien Willen wir haben einen freien Willen innerhalb von Schranken von einem Spektrum Freiheit ist immer immer Schranken und so hat auch unser freien Willen der ist natürlich mitgesteuert durch sehr viele Erfahrungen gesteuert und du kannst dir aber mit Bewusstsein und Willen und Denken kann man sich Freiheit erarbeiten einen der natürlich einfach nur Massenmensch der mit der Masse schwimmt und was er liest und gehört das macht er und so dort ist wahrscheinlich nicht sehr einfach instinkt gesteuert hauptsächlich und man weiss ja auch ein moderner Mensch ist zum grossen Teil was wir machen ist instinkt unbewusst automatisch es ist nur wenig wo wir wirklich mit dem Willen bewusst eingreifen im Tageslauf und das andere muss automatisiert sein sonst würden wir über alles bewusst war es ist ganz schwer sagen ob nicht alles automatisiert ist und am Schluss also ich bin zu wenig intelligent und zu wenig bilder zu auf das nach jetzt wirklich das gefühl unser gespräch da das sei vorprogrammiert und das resultat von reinen chemischen prozessen das ist sehr gut möglich nein das ist nicht möglich das ist einfach absurd weisst wenn man etwas nicht sicher weiss muss man ein bisschen nach Plausibilität und was du von allen möglichen denkmodellen bis zur reinkarnation und so schiebt mir einfach das unplausibelst es gibt alles teutet darauf hin dass es etwas übersinnliches gibt das sie auch zum ich habe übersinnliche erfahrungen telepathische über grosse distanzen die nicht erklärbar sind in der letzten Sendung hast du gesagt du erinnerst an die geburt war nicht geburt aber die allererste Zeit und so das ist ist etwas anderes das ist halt selber menschen wissen nicht ob sie glücklich sind wenn sie fragen glücklich sagen sie ja aber eigentlich sind es gar nicht also leute sind sehr schlecht sich selber zu beobachten und darum ist es allein von meinen eigenen beobachten auf zu schliessen was jetzt ist und es ist unplausibel und es lassen wir keine Seele finden im Körper prophyren art also ich bin genug wissenschaftlich hörig oder gläubig wenn man so will sagen negativ formuliert dass ich einfach mal sagen am schluss glaube ich an materielle welt oder ich glaube nicht dass es einen unsichtbaren hauch gibt wenn schon vielleicht haben wir noch nicht entdeckt aber es müsse dann eigentlich geben aber die grosse frage geht zurück zum ursprung universum ich muss dich bewundern dass du mit so materialistisch einstehlich noch so viel Freude und Energie aufbringst wieso habe ich das Gefühl dass es rhetorisch gemeint mich motiviert zum grossen Teil denke ich bei mir steht immer der Sinn das ist Nachteil von mir dass ich hinter allem ein Sinn sehen ich kann nicht einfach an sitzen schön das fehlt mir ein bisschen aber weisst du weisst du evolutionsbiologisch wieso Sinn suchst der Grund wenn du mit einem Kind in den Bergen laufen und du siehst einen Findling einen Stein und dann fragst das Kind weisst du wieso ein Stein da und willst du erklären wie das Findling da steht und sagt das Kind damit sich die Kuh kratzen das ist eine Geschichte die ich gehört habe weil der Mensch hat von Anfang an einen Sinn gesehen das heisst wenn er an einem Raubtier gegenübersteht und er sieht die langen Zähne dann überlebt einfach der Mensch der kann den Schluss ziehen was ist der Sinn der Zähne die Zähne mit einen Sinn haben zum Beispiel mich zu fressen oder und dass dann auch so der Mensch einen Sinn sucht und aber nur darum wenn wir einen Sinn suchen heisst es dann auch noch nicht dass die Welt einen Sinn hat sondern es hat uns geholfen zum Überleben dass man über Sachen Sinn interpretiert das ist mir schon klar es ist mir auch bewusst dass man eine Neigung hat zu religiösen, spirituellen, übersinnlichen Weltbild weil man es anderen nicht verteilt weisst die sinnlose die sinnlose die sinnlose leben nach deiner Vorstellung atheistisch man ist ja einfach da funktioniert das will ich nachher ist nichts mehr also es kommt eigentlich hätte gar nicht sein es ist eigentlich für die Katze dass da überhaupt das Leben so genannt stattgefunden hat mit dem ist wahrscheinlich haben viele Menschen Mühe und dass man sich dann natürlich etwas also ein übersinniges Gebäude zusammenbastelt zum sich daran halten die Gefahr sehe ich durchaus aber es gibt einfach wenn man sich hat mich halt immer beschäftigt es gibt so starke Hinweise dass etwas ausserhalb vom Körper lebt dass ich das einfach als wirklich plausibelste plausibelste anschaue und von verschiedenen Seiten sehe dass es einfach das ganze hinlose nur knall weisst weisst hinter allem ist etwas auch ein Urknall und auch das Alta und auch die Physik das Materielle woher kommt das wir sind uns doch einig dass viele Leiden gibt es nicht viele Leiden ist absolut sinnlos eine Mittlerentzündung von einem Füchstchen im Wald ist absolut sinnlos das ist eben die grosse Frage das ist wo mich als Tierschützer natürlich auch beschäftigt was haben die die Säue in der Tierfabrik die haben nichts die haben unschuldig das Elend oder wie ist das im früheren Leben einmal das ist eine Erklärung und die andere Erklärung weiss ich gar nicht es gibt verschiedene religiöse Vorstellungen das ist ein Welträtsel wo ich auch keine Antwort habe aber ich sage mir einfach mal die plausibelste Antwort ist Evolution auf die Frage schau ich bin jetzt da ich habe die Möglichkeit mich umzubringen weil ich finde es nützt nichts das wäre eine Möglichkeit aber da habe ich das grosse Risiko in das eben doch etwas ist dass ein Suizid etwas Schlechtes ist wo man nachher auch ich glaube ich kann das schon in früheren Leben dass man ein Suizid ohne Gründe nur einfach weil es ein bisschen verleidert ist etwas Schlechtes ist für die seelische Entwicklung aber da glaube ich natürlich auch schon in einer Seele ich glaube an eine Seele die sich weiterentwickeln die auf der Erde wir sind wie wenn du in einen Kurs gehst oder in eine Schule ein Jahr eine Ausbildung machst gehen wir auf die Erde weil da kann einfach die Seele Erfahrungen sammeln mit dem Positiven mit dem Schlechten mit dieser Bindung auf Materiellen und wie bewährt sich die Seele sie kann reifen auch leiden leiden vielleicht von weitem gesehen aus der Ewigkeit hat das Leiden vielleicht einen Sinn bei den Tieren fällt es mir auch schwer was kann jetzt so lernen wie kannst du Tierschützer sein aber bei Menschen sind natürlich oft dass Schicksalsschläge Menschen vorwärts gebracht hat das stelle ich dort ganz übersehen und äh ja und das nachher weisst dass wir da Erfahrungen machen können uns auch bewähren was man dort dem Jenseits auf der Wolke sitzen und harfenspielen nicht kann dort ist für alles gesorgt und das hat einfach für mich eine gewisse Plausibilität dass irgend so etwas muss im Spiel sein aber eben da ist die Verzweiflung von einer Sinnsuche ja vielleicht weisst du nicht ob du nicht durch die Linsen schaust wie hat das geheissen der nicht unbedingt weil ich freue mich jetzt nicht so unbedingt wie das Jenseits ist für mich auch unheimlich also ich finde ich weiss nicht was macht man dort ist das nicht langweilig oder soll ich etwas sagen ich denke ja es ist schön wenn es vorbei ist obwohl ich ein schönes Leben habe es gibt ja Kulturen wo die Geburt trauern bei der Geburt weiss weiss feiern der Gunther 6 kennst du das ist deine Generation oder der Frauenheld der fotografierte bei Schipardo glaube ich zusammen der hat sich ja vor ein paar Jahren hat er sich verschossen selber und zwar darum ihm ist glaube ich Alzheimer diagnostiziert worden und er hat sich dann verschossen würde ich auch machen ja da ist genau meine Frau eigentlich eine Sendung so eine super Schweizer Fernsehclubsendung oder so und dort haben sich zwei oder so die Hälfte der Leute haben sich wahnsinnig darüber gehört wie verantwortungslos das ist was für ein schlechtes Vorbild für andere Menschen ist weil dann eben auch mit Alzheimer Diagnose kann man noch gutes Leben führen und so weiter und jetzt hast du meine Frage schon beantwortet weil du vor allem gesagt hast das Problem ist aber du hast gesagt Leiden ist gut und Selbstmord ist schlecht Leiden könnte etwas gut sein nicht grundsätzlich es kommt darauf an ich glaube es gibt es gibt Situationen wo ein Suizid moralisch gerechtfertigt ist und nichts Schlechtes ist auch nicht durch die Seelschaft aber wenn es aus Bequemlichkeit ist oder weil man jetzt einfach mal ein bisschen ein Problem hat als Flucht als Flucht Flucht dann ist eigentlich selten gut ist es halt und wenn man etwas wertvolles wegwirft dann ist auch dumm fragst du ob Leben wertvoll ist ja das ist ja die Christen sagen es sei so wertvoll dass man bis zum letzten Atemzug leiden muss und nicht das Leben verkürzen und so Christen sagen auch dass Maria in den Himmel geflogen ist und Jesus tritt dann auch Tod auferstehen alle Religionen sagen scheinen es aber ja 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 noch gut wir haben die Zuschauer nicht zu lange ich bin sehr dankbar wir hatten ja einen Zuhörer letztes Mal der gesagt hat dass er es schade fand dass dir so ein Wort gefällt wie gerade dort spannend geworden ist wo du über das reden hast jetzt hast du mir gerade das Bonusmaterial wobei ich das eigentlich nicht liebe ich will nicht zu viel über ich bin sehr dankbar auf andere Themen ich will nicht zu allem irgendeinen sänften zugeben aber ein bisschen unter dieser Reputation leidest du nicht im Moment also kannst du einen Abstecher leisten ja okay in dem Sinne danke dir vielmals dass du zu Ende gekommen bist und ich hoffe wir sehen uns wieder mal hier an den Tisch oder anderswo Dankeschön mit dem mit dem mit dem mit dem mit dem